Hallo und herzlich willkommen zur niegelnageln neuesten Ausgabe des Telestammtischs, eure Podcast für Comic-Dinge. Und zuletzt ist hier beim Telestammtisch bei, wenn man so will, dem Comic-Talks und den Comic-Interviews und so nicht so super viel passiert, weil ich einfach krass viel um die Ohren hatte. Ich war in München bei einer Veranstaltung, da liebe Grüße an das Netzwerk Comic in Bayern. Ich bin mitten in der Vorbereitung für meine Interviews bei der Buchmesse in Leipzig und natürlich Erlang, das steht auch vor der Tür und da schreibe ich auch nahezu täglich gerade E-Mails und mache voll erste Orga und so. Und ich kann so viel sagen, all die Dinge, die ich in den letzten Monaten aufgezeichnet hatte, insbesondere wenn ich irgendwelche Panels mitgeschnitten habe oder so, die ich hier und da schon mal angeteast hatte, auch die werde ich vermutlich doch nicht veröffentlichen. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem ist mal die Audioqualität zum Beispiel nicht so toll oder ich, keine Ahnung, habe zum Beispiel keine wirkliche Freigabe, das irgendwie zu veröffentlichen und so. Und aus dem Grund haben wir jetzt quasi einfach eine Pause gemacht. So, das ist jetzt das Ding. Wer so ein bisschen Telestammtisch, Comic-Talk, Methadon braucht, der sollte unbedingt mal bei den Comic-Cookies vorbei hören. Dort gibt es regelmäßig, einmal im Monat zumindest, auch tolle neue aktuelle Comic-Besprechungen. Es ist total toll. Und was auch total toll war, weil nicht unbedingt über Comics-Podcasten ja nicht bedeutet, dass man nicht auch Comics liest, war eine Serie, eine Comic-Serie, in die ich mich wahrscheinlich neu verliebt habe, die ich quasi weggesuchtet habe, weggeatmet habe. Die Rede ist von Invincible. Invincible kriegt ihr inzwischen auch komplett auf Deutsch. Und es war mir ja wirklich ein inneres Bedürfnis, über Invincible zu sprechen. Und aus genau dem Grund begrüße ich heute zwei Jungs hier in der Runde, mit denen man wirklich besonders gut über Invincible sprechen kann, aus verschiedenen Gründen. Zunächst erstmal liebe Grüße an meinen Mit-Comic-Cookie, den Patrick. Hi. Hi. Du, lieber Patrick, hast bei den Comic-Cookies den finalen Band, den 12. Sammelband, deutschen Sammelband vorgestellt. Und da auch schon mal so ein Rundum-Fazit gezogen zur Serie. Und ich habe mir gedacht, da wärst du der perfekte Gast hier beim Tele-Stammtisch, damit wir auch gemeinsam nochmal über die komplette Reihe sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Gerne. Ebenso mit am Start ist jemand, der hat sich über die Chat-Gruppen der Comic-Cookies gemeldet. Ich habe nämlich einfach mal auf Telegram und Signal nachgefragt. Hier, wie sieht's denn aus? Wir hatten noch Invincible komplett gelesen. Und ich war total, ich habe quasi verlockt, dass er gesagt hat, ey, hier, kenn dich, ich habe dich gelesen, find's geil. Und er auch Bock hatte, heute bei der Besprechung mit dabei zu sein. Denn er kann verschiedene, ja auch wenn man so will, vielleicht kreative Aspekte der Reihe sicher nochmal ganz anders einschätzen, als Patrick und ich das können. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo und herzlich willkommen, Adrian von Bauer. Hallo. Ja, freut mich dabei zu sein. Cool. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe Invincible wirklich richtig so weggesuchtet. Ich habe die digital gelesen auf Nextory. Und ich lese Band 1, 2, 3 und irgendwann bin ich bei Band 11 und will dann Band 12 den finalen Band lesen. Und dann merke ich, den gibt's gar nicht auf Nextory. Das ist übrigens eine Plattform, um da digital Comics zu lesen. Und diesen 12. Band, also mir ist so ein bisschen, ich hatte Angst, ich könnte nicht schlafen. Naja, aber dann fiel mir ein, es gibt noch die Onleihe. Und die Onleihe ist quasi die digitale Ausleiheoption von ganz vielen Bibliotheken. Und zum Glück ist meine Frau da registriert. Das heißt, ich habe über ihren Account einfach mal geguckt, was gibt es denn online in der Onleihe in meiner lokalen Stadtbibliothek. Und tada, Band 12 von Winzebel war am Start. Ich konnte den also mega nice weglesen. Und habe dann wirklich, also ich müsste, wenn ich jetzt schätzen müsste, ich habe innerhalb von maximal zwei Monaten alle zwölf Bände gelesen. Was wirklich richtig viel ist wie jemanden wie mich. Richtig richtig viel, normalerweise habe ich diese Option nicht. Ich weiß, Adrian, bei dir ist es schon ein bisschen länger her mit dem Lesen, oder? Ja, genau. Ich habe es nochmal so ein bisschen aufgefrischt in den letzten Tagen und den Anfang und das Ende nochmal gelesen. Aber, dass ich tatsächlich zum ersten Mal komplett gelesen habe, und das einzige Mal, dass ich es wirklich komplett gelesen habe, war eigentlich begleitend mit der US-Veröffentlichung. Also 2004 ging die Serie, glaube ich, los in den USA. Ich würde mal sagen, ich habe vielleicht so angefangen 2006 oder 2007 mit dem ersten Trade Paperback. Und habe dann, ja, immer wenn ein neuer rauskam, den gelesen. Und demnach müsste ich so 2018 durch gewesen sein damit. Und, ja, und war eben auch die ganze Zeit eigentlich großer Fan davon. Laut Wikipedia ging es hier wohl schon auch im Januar 2003 los. Also so genau möchte ich es gar nicht sein. Und wie du sagst, 2018 war es dann vorbei. Aber hast du dann mitbekommen, wie so die Veröffentlichungsweise in Deutschland lief? Ich habe tatsächlich nur die amerikanischen Bände gelesen. und habe mal zwischendurch immer mal wieder gedacht, oh Mann, das ist so eigentlich eine Serie, die man auch mal in deutscher Verlag bringen müsste. Gerade weil hier ja auch The Walking Dead von Kirkman dann irgendwann sehr erfolgreich wurde. Und habe mich dann irgendwann gefreut, dass es auch auf Deutsch erschienen ist. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich es schon komplett oder fast komplett gelesen. Ja, Patrick, ich weiß nicht, ob du es damals gelesen hast, als es nämlich bei Nona Arte erschienen ist. Da sind so zwei Sammelbände erschienen, relativ dünne. Wo wirklich so die, ja, es werden die ersten vier, acht, keine Ahnung, zwölf Hefte gewesen sein. Viele waren es nicht. Insgesamt zwei Sammelbände. Es gibt den Verlag ja nicht mal mehr. Hattest du das damals auch schon in den Händen? Ich hatte den ersten Band gelesen und dann hatte ich nach dem ersten Band keine besondere Lust mehr auf den zweiten Band. Eben weil dieser große Twist fehlt, der einen huckt. Also der erste Band, der ist halt noch so gewöhnliches, klischeehaftes Superhelden-Teenie-Zeug. Aber der Punkt, an dem es interessant wird, der ist erst bei Band zwei aufgetreten. Aber ich hatte erst mal nach Band eins keinen Bock. Dann habe ich mir das aber bei der Neuveröffentlichung von Cross Kites gegönnt. Hat mir vermutlich einiges an Frust erspart, weil mir diesen Cliffhanger allein gelassen zu werden, hat mich wahrscheinlich noch mehr geärgert. Seit der Cross Kites-Veröffentlichung bin ich dann aber im Ball geblieben, weil da auch die 300 Seiten pro Band, die acht Hefte pro Band, circa, nee, teilweise sogar 13 US-Hefte. Das war für mich die perfekte Dosis. Und seitdem bin ich dann am Ball geblieben. Zwischenzeitlich ist die Serie gestartet auf Amazon. Dazwischen wurden alle zwölf Bände veröffentlicht. Und jetzt geht's erst am 14. März mit der zweiten Hälfte der zweiten Staffel weiter. Also dieser Running-Gag, bis das veröffentlicht wurde, ist Staffel 2 erst draus. Ja, das ist leider eingetroffen. Trotzdem danke an Cross Kite, dass ihr diese zwölf Bände veröffentlicht habt. Und, dass ihr jetzt noch die ganzen Spin-Offs und Geschichten aus dem Invincible-Universum veröffentlicht. Also auch für euch hat sich das anscheinend gelohnt. Das finde ich gut. Also ich bin jetzt mit Cross Kite quasi die Reise angetreten und hab dann auch den Rhythmus dann wirklich weggebinged. Immer wenn ein Band rauskam, Nachmittag, die Zeit genommen und weggelesen. Ja, mega. Denn weglesen ist genau das, was man mit Invincible wirklich sehr gut kann. Du hast es mal an anderer Stelle als Page-Turner bezeichnet. Und gerade, wenn man das so, wie ich jetzt halt digital liest, dann geht das ja auch wirklich ratzfatz. Du klickst da drauf, du hast das. Es saugt sich so richtig. Also ich war voll drin im Sog, so rum kann man das mal sagen. Das ist natürlich dann auch so eine Serie, die hat dann auch relativ viele Überraschungen und Twists. Wir werden sicherlich auf einige Story-Inhalte im Laufe dieser Besprechung dieses Podcasts eingehen. Und ich hatte dann wirklich auch irgendwann diese Amazon-Serie gesehen, kannte die Inhalte noch nicht ganz von der Comic-Folge, und war dann so ein bisschen überrascht. Unter anderem machen dies bei der Serie ja besser. Gleich in der ersten Folge, denke ich, diesen großen Twist, diesen Ausgangstwist, den Invincible ja hat, den quasi schon in die erste Folge zu packen und damit das Publikum zumindest für die TV-Serie deutlich besser zu hooken. Der Patrick hat es schon gemeint. Am 14. März geht es mit dem zweiten Teil, der zweiten Staffel, weiter. Ich freue mich sehr drauf, gerade weil ich finde, dass diese Serie in einem gewissen Rahmen schon auch noch, naja, man könnte fast sagen, Überraschungen bereithält, die der Comic so in der Form nicht hatte. Nichtsdestotrotz habe ich schon den Eindruck, dass die wesentlichen Elemente, die wir aus den Comics kennen, auf jeden Fall auch in den Serien wieder auftreten werden. Gerade so diese wirklich wesentlichen Wendungen und Twists. Lieber Adrian, du hattest vor kurzem die Serie auch noch mal geschaut, bis zum aktuellen Stand. Sind dir irgendwelche Dinge aufgefallen, die anders waren als in der Comic-Vorlage? Also, manches anfallen auf jeden Fall auf. Ich meine, es gibt so ganz oberflächliche Sachen, wie, dass hier Amber, Invincibles erste Freundin in der Serie schwarz ist und im Comic weiß, oder das Science Dog, der der Lieblingscomic-Held von Invincible in der Serie Seance Dog heißt und eher so ein Doctor Strange-Magier-Wesen ist. Aber dadurch, dass es bei mir so lange her ist mit den Comics, fallen mir dann manche Erinnerungen, glaube ich, gar nicht so richtig auf. Ich glaube, ja, also eine Sache, die auch noch mir aufgefallen ist, ist, dass so der schwule beste Freund von Invincible oder von Mark ein bisschen anders behandelt wurde in der Serie, weil es einfach, ja, glaube ich, nicht mehr so ganz zeitgemäß war, wie der Comic das gehandhabt hatte. Absolut. Und ich finde, was man durchaus mal sagen kann, wir werden uns hier tendenziell, glaube ich, eher über die Comics als über die Serie unterhalten. Aber wenn ich hier in meiner Vorbereitung das richtig gesehen habe, dann spielen die übrigens auch zu unterschiedlichen Jahren. Die Comic-Vorlage spielt nach Einschätzung von Fans, ich habe mich ein bisschen belesen, tendenziell auch ungefähr in dem Zeitraum ab 2003, also ab der Veröffentlichung der Comics. Die TV-Serie allerdings spielt ab 2023. Und wenn man das dann halt eben als jeweiliges Jahr, wenn man so viel der Geburt der jeweiligen Interpretation des Stoffes sieht, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man da durchaus ein bisschen Anpassung auch an zum Beispiel den Charakteren vornimmt, vielleicht so ein bisschen eben auch so Fehler behebt, wie das der Patrick ja auch schon gemeint hat, dass dieser Anfangstwist, den wir sonst erst relativ spät in den Comics mitbekommen, dass wir den hier schon am Ende der ersten Folge sehen. Das ist übrigens auch was, das wird in den Sammelbänden von Crosskite, die am Ende immer noch so tolle Skizzen dabei haben, teilweise Interviews und so weiter, mit natürlich Kirkman und aber eben auch mit den Zeichnern, die er mit dabei gehabt hat, das sind ja vor allem Cory Walker und Ryan Otley, dass die halt dann eben Interviews führen und er sagt ja auch, das war so einer der größten Fehler, die er gemacht hat, dass er halt diesen besonderen Twist relativ zu spät letztlich erst präsentiert hat und ich denke, da war es dann auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung, das Ganze hier in die, ja, bei der Serie anders zu machen. Liebes Publikum, wir wollen heute volles Rohr spoilern, nichts anderes haben wir hier vor, wir wollen ins Detail gehen, wir wollen Namen nennen, wir wollen Überraschungen und Twists vorwegnehmen, besprechen und analysieren und deswegen wird das Ganze hier volles Rohr als Spoiler-Caster herkommen. Nichtsdestotrotz möchte ich allen, die keinen Bock auf Spoilern haben, nicht die Gelegenheit nehmen, dass wir vorab jetzt vielleicht schon mal so ein wirklich, vielleicht wirklich kurzes Vorab-Fazit ziehen mit den ersten Dingen, die wir vielleicht heute auch ein bisschen genauer besprechen wollen und möchte nochmal reihrum euch bitten, dass wir hier kurz ein Mini-Fazit ziehen, möglichst ein Spoiler-freies. Lieber Patrick, eigentlich musst du jetzt ja nichts anderes machen, als dein Fazit von den Comic-Cookies zu wiederholen. Magst du mal anfangen? Ja, also, ich finde es interessant, wie die Serie mit ihren Charakteren wächst und dabei am Anfang so wirklich klischeehaft anfängt, wie man nur anfangen kann. Also, du hast deinen Flash verschnit, du hast deinen Aquaman verschnit, du hast einen obligatorischen Superman verschnit und am Anfang denkst du echt, meine Fresse, so, was wollt ihr mir jetzt Neues erzählen? Aber die Reihe spielt dann so gekonnt mit diesen Klischees und bricht die auch immer wieder, auch mit Schockmomenten, dass es einfach eine Freude ist, dass man am Ball bleibt. Also, diese Härte, die wir auch von The Walking Dead gewohnt sind, wo du immer wieder mal durch Gewaltspitzen aufgerüttelt wirst, das haben sie auch bei Irmwinsley Bill gemacht, nur da ein bisschen besser, ein bisschen perfekter. Vielleicht war ich mich auch ein bisschen besser in das Superhelden-Genre mittlerweile reinfinde, als in die Apokalypse von The Walking Dead auf jeden Fall. War das eine sehr, sehr schöne Reihe, der es ab und zu ein bisschen an Tiefgang gefehlt hat, aber es ist ein wirklich schöner Page-Turner und dafür, dass es über zwölf Bände so gut unterhalten hat und so ein Page-Turner ist, muss ich meine Anerkennung aussprechen und beipflichten, ja, das ist mit eine der besten oder zumindest eine der kurzweiligsten Helden-Serien der letzten Jahrzehnte. Adrian, wie sieht dein Spoiler-freies Kurzfazit aus? Ja, also für mich ist Invincible irgendwie so der, also die Superhelden-Serie, die es irgendwie schafft, so fast alles, was irgendwie das Superhelden-Genre zu bieten hat, so in eine lange Serie reinzupacken. Also da haben wir zum einen diese ganzen Elemente, wie es gibt irgendwie Roboter, Alien, Monster, Paralleldimensionen, das Multiversum, Space-Abenteuer und das alles in eine Comic-Reihe zu packen, über so einen langen Zeitraum in der durchgehenden Handlung von einem, von immer dem gleichen Autor mit auch nur, nur eigentlich einem Zeichnerwechsel, ist halt wirklich einzigartig und gerade durch diese, durch diese Breite und durch diese Vielfalt wirbt das irgendwie zu was ganz Spezielles, was mir, was ich jetzt noch keine andere, also was mir keine andere Superhelden-Comics-Serie irgendwie so geboten hat und gleichzeitig ist es halt super spannend und überraschend und hat irgendwie total viele originelle Charaktere und auch die, ja so die Versatzstücke von den ganzen anderen Superhelden-Comics, die ja oft irgendwie so ein bisschen eigentlich in die Klischee-Kiste greifen, werden dann oft auf eine Art kombiniert, die es dann doch wieder irgendwie frisch und cool und spaßig macht. Gleichzeitig ist es echt cool gezeichnet und irgendwie jetzt, gerade als ich es nur nochmal so ein bisschen von Anfang bis Ende durchgeblättert habe, fand ich auch so die Entwicklung der Zeichnung sehr spannend, weil es halt auch besonders ist, irgendwie so einem Zeichner, also vor allem halt Ryan Ottley über irgendwie 14 Jahre zuzugucken, wie der sich weiterentwickelt und ja, ist irgendwie dadurch echt was Besonderes, gerade auch, weil man bei den meisten, jetzt Marvel- oder DC-Serien hat man halt irgendwie so irgendwie acht Hefte von einem Team und dann wird wieder das Team gewechselt und dann geht die Story wieder in eine andere Richtung, dann sehen die Zeichnungen wieder anders aus, dann wird immer wieder der Status Quo hergestellt und Invincible hat halt keinen Status Quo, sondern es geht immer weiter, es wird immer wieder was draufgesetzt, die Figuren entwickeln sich weiter, Figuren sterben, Figuren kriegen Kinder, werden älter, ja, also echt ein Superhelden-Epos, der mich über viele Jahre super unterhalten hat, bis zum Ende, mit dem ich tatsächlich damals nicht so hundertprozentig zufrieden war, können wir auch nochmal drüber reden, aber insgesamt auf jeden Fall ein richtig cooles Ding. Da kann ich mich absolut anschließen, ich finde, das ist eine Serie, mit der man wahrscheinlich damals, als das dann eben 14 Jahre lang lief, so ein bisschen auch mitgewachsen ist. Sagen wir mal, es startet ja definitiv als eine, wenn man so will, Hommage an Superhelden, beziehungsweise eher noch eine Parodie vielleicht davon, Superheldengeschichten, und nimmt aber verschiedene, auch Wandlungen im Laufe dieser Zeit, auf jeden Fall nimmt sie die wahr, und so, sodass ich das am Ende so in der konkreten Form gar nicht mehr habe, ganz im Gegenteil, in vielen Fällen habe ich das Gefühl, da sind gewisse Vergleiche, Parabeln letztlich drin, für Dinge in der echten Welt, oder eben so ein bisschen ja smartere Metakommentare auf Superhelden-Geschichten im Allgemeinen, und möchte ja auf jeden Fall ganz deutlich nochmal diesen Page-Turner-Effekt auch betonen, das ist, das ist definitiv der Fall, das hatte ich zuletzt in der im Ausmaß eigentlich auch nur bei Akira zum Beispiel, das ist wirklich eine tolle Sache, die auch recht brutal daherkommt, und alle weiteren Details werden wir euch jetzt in einem Spoiler-Teil, also eigentlich im Großteil des Podcasts, erst erklären können, ihr könnt jetzt gern pausieren, dann 144 Issues Invincible lesen, und dann wiederkommen, kein Thema. Außer ihr seid unempfindlich, manche Leute gibt's ja auch, die durch Spoiler erstmal getriggert werden müssen, um sich zum Weiterlesen, zum Weiterschauen, zum Motivieren. Ja, oder sie haben so eine schlechte Erinnerung, dass sie es sich anhören und dann es eh wieder vergessen haben, bis sie es lesen, das geht mir auch manchmal so. Absolut, oder ihr seid eben wirklich auch jetzt durch die Amazon-Serie interessiert am Stoff und wollt da mehr wissen oder so, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht, sich mal die Vorlage genauer anzugucken. Jo, dann fangen wir mit genau folgender Vorlage mal an, ich würde gern so ein bisschen hin und her springen zwischen allgemeineren Themen, die wir alle auf dem Zettel haben und natürlich den Charakteren, die es gibt, aber mich natürlich auch ein Stück weit orientieren an der Handlung. Ich würde die Handlung, die Story, die sich ja auch wie gesagt 144 Issues erstreckt, zumindest grob mal durchgehen, mit den wesentlichen Punkten und den wesentlichen Figuren, die dort eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ja und ich sag mal so, eine Besprechung der Comicvorlage Invincible sollte sich garantiert auch mal mit Invincible beschäftigen, unserem Protagonisten. Mark Grayson, das ist ein so ein Typ, der ist zu Beginn der Serie 17 Jahre alt. Er ist Student, also Schüler quasi an einer Highschool und plötzlich, da kann er fliegen. Und du hast ja gemeint, lieber Adrian, du hast vor kurzem erst die ersten Ausgaben nochmal gelesen. Wie ist denn die Ausgangssituation? Wie lernen wir die Welt von Invincible und Invincible beziehungsweise Mark selbst eigentlich zu Beginn kennen? Ja, also wir sehen eigentlich diese Welt komplett aus Marks Sicht, soweit ich das in Erinnerung habe. Also er hat ja am Anfang nicht mal seine Superkräfte, sondern er ist einfach erstmal auf den ersten Blick ein normaler Highschool-Student, nur dass wir halt Highschool-Schüler, nur dass wir dann relativ bald merken, okay, der hat irgendwie diesen Vater, der wohl Superheld ist, und jetzt gerade irgendwo am anderen Ende der Welt einen Drachen bekämpft. Und man merkt auch schon so, Mark wartet darauf, dass seine eigenen Kräfte jetzt auch irgendwann mal einsetzen, weil halt sein Vater ihm das auch erzählt hat. Und ich glaube, die zweite Ausgabe fängt dann damit an, dass wir eine Rückblende erleben, wo Marks Vater, also Nolan, ihm nochmal die ganze Geschichte der Wildromiten von seinem außerirdischen Volk erzählt und von den Superkräften, die er kriegen wird. Das ist natürlich die geschönte Variante. Es gibt dann spannenderweise in der allerletzten Ausgabe, also dadurch, dass ich jetzt das Anfang und das Ende gelesen habe, habe ich diese Spiegelung, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, quasi nochmal fast die gleiche Sequenz, wo Mark dann seinem eigenen Sohn irgendwie die realistischere Variante erzählt. und ja, also wir erfahren eben davon erstmal, dass es diesen Superheldenvater gibt, dass der von diesem Alienvolk auf die Erde geschickt wurde, dass Mark wahrscheinlich auch bald Fähigkeiten bekommt und dann geht es aber auch relativ schnell, sobald Mark dann seine ersten Fähigkeiten bekommt, dass er halt dann auch andere SuperheldInnen kennenlernt, die da eben auch in dieser Welt existieren und wir verstehen dann relativ schnell, dass es eben nicht nur jetzt ein einzelner Superheld in einer normalen Welt ist, sondern dass es ein Universum ist, das von ganz vielen Superhelden bevölkert wird. Und wie du schon richtigerweise sagst, wir sehen das ja alles auch ein Stück weit durch die Augen unseres Protagonisten, also dieses Kennenlernen von anderen Figuren, dieses Ziehen von Schlüssen, das Herstellen von Zusammenhängen, welche Partei gegen wen, warum und wie, das sehen wir dann, das kriegen wir alles durch quasi seine Perspektive mit und wir begleiten ihn dann auch ein Stück weit dabei, wie er zum Beispiel seine Perspektiven auf andere Figuren auch mal ändert, wie Freunde zu Feinden werden und Feinde zu Freunden, wie es nicht reines Böse und reines Gute gibt, sondern eben auch Grauschattierungen dazwischen und auch wenn das manchmal überraschend daherkommt, was natürlich sinnvoll ist, meinetwegen am Ende von der Heftausgabe so eine Art Twist zu haben, dauert es nicht lange, dass diese Twists sinnvoll waren und vor allem aber auch aus Sicht von Marc, da eine Veränderung stattfindet, eine, kurzum, eine wirklich ganz interessante Charakterentwicklung auf diesen vielen Seiten. Patrick, als du dann damals angefangen hast, damals, keine Ahnung, wann das gewesen ist, mit der, mit Invincible, was für einen Eindruck hattest du von Marc Grayson? Sollte das so einer sein, mit dem sich junge Männer und meinetwegen auch Frauen identifizieren können, junge Menschen? Ich habe in ihnen eben so ein bisschen die Projektionsfläche gesehen, also am Anfang hat er wirklich noch eine extrem weiße Weste. Es ist die Frage, ob die Leute, die sich am Anfang mit ihm identifizieren konnten, sich auch am Ende noch mit ihm identifizieren können, weil er später die ein oder andere moralische Grenze bricht, aber am Anfang ist es eben so der typische Highschool, Quarterback, whatever, das konnte auch Clark Kent sein, eben auch durch die Origin, dadurch, dass sein Vater quasi Superman war und dadurch, dass er so ein Halb-Alien ist. Am Anfang kann man sich mit ihm identifizieren, später versteht man seine Beweggründe, kann aber nicht das alles gut heißen, was er tut. Sagen wir es mal so. Also ich finde, er ist ja einfach auch so viel. Er hat so viele Rollen zu erfüllen oder erfüllt sie auch und wie viele auch ganz gut. Er ist, beginnt als Schuljunge, er geht über zum einfachen Helden, bis hin zum Superhelden halt dann ja letztlich, dann ist er irgendwann aber auch jemand, der eine ganz andere Form von Verantwortung trägt, auch im größeren Stil, also nicht nur seine, sag ich mal, in der Nachbarschaft Abenteuer erlebt, sondern wirklich im intergalaktischen Ausmaß, dann ist er irgendwann Vertreter für eine ganze Seite im interstellaren Krieg, er ist irgendwann natürlich aber auch Familienvater, er sieht sich irgendwann selbst gar nicht mehr als Held, er ist irgendwann aber auch Anführer eines ganzen Volkes, also er hat so viele verschiedene Rollen, in die er eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, in alle Rollen auch erst hineinwachsen musste, ich denke, die wenigsten dieser Rollen hat er sich proaktiv ausgesucht und das finde ich so faszinierend, das macht für mich die Figur und den Charakter über all diese Ausgaben hinweg immer interessant, ich hatte nie das Gefühl, okay, die Figur ist jetzt schon auserzählt, nee, gerade kurz bevor dieser Moment hätte eintreten können, ist irgendwas teilweise gravierendes mit der Figur passiert, die ja zum Beispiel auch plötzlich diese Grauschattierung gibt, die ich gerade angesprochen hatte, die für mich die Figur konstant interessant gehalten haben. Adrian, war für dich, Marc, auch konstant interessant oder kannst du dich dukland irgendwelche Schwächen erinnern, die du in der Charakterentwicklung gesehen hast? Interessant fand ich ihn auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall eine Hauptfigur, mit der man mitgeht, also er hat halt so ein bisschen das klassische Superman-Ding, er hat diese fantastischen Fähigkeiten, mit denen er wer weiß was machen könnte, mit denen er wahrscheinlich auch eben, oder mit denen er auf jeden Fall auch, wie sein Vater ihn ja auch eigentlich in die Wiege gelegt hat, die Welt unterjochen und sich irgendwie die Menschheit zu Sklaven machen könnte und sich jeden Wunsch erfüllen könnte, aber er hat halt dieses ganz starke Verantwortungsgefühl und irgendwie diese, ja, diese, diesen guten Kern in seinem Charakter und er will halt Held sein, er will helfen, er will irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen und ja, und das finde ich erstmal, dadurch ist er erstmal sympathisch, dadurch ist er erstmal auch so ein bisschen eine Vorbildfigur und ganz spannend finde ich dann aber eben, dass er dann manchmal eben auch so ein bisschen zu weit geht, mit dem, er will irgendwie die Welt verbessern und er will irgendwie nicht nur die Erde, sondern am besten irgendwie gleich mehrere Welten und die ganze galaktische Konföderation oder wie sie heißen, alle irgendwie verbessern und da als Held mitwirken und dann gibt es dann halt zum Beispiel diese Figur des Dinosaurus, der mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, der, der das mit dem Weltverbessern eben immer so ein bisschen, also wirklich zu weit treibt und halt irgendwie so ganz extreme Sachen macht hier, okay, wenn ich jetzt die, also so ein bisschen so das, das Fernos-Prinzip, vielleicht könnte man mal die Hälfte von allen auslöschen und dann, dann wird es vielleicht besser oder so und genau, so diese Spannung finde ich ganz spannend. Aber wo, wo und zu welchem Zeitpunkt überschreitet denn Mark diese Grenze? Ich kann mich jetzt ganz daran erinnern, dass der wirklich selbst diese Grenze überschreitet. Doch, doch. Für mich auf jeden Fall ein Stück weit irgendwie am Ende, also so das ganze ist das Ende, sondern so wirklich die letzten paar Hefte, wo er dann halt irgendwie, also eigentlich zum Diktator wird, ja, zum gutmütigen Diktator, man fühlt sich irgendwie so gut dabei, so, ja, nee, das ist, okay, er ist ein Diktator, er ist irgendwie so der Anführer, der von einem ganzen Planeten, der auch irgendwie, auf den Planeten scheint es auch kein demokratisches System zu geben, wo dieser dann Diktator jemals irgendwie ersetzt werden könnte oder so, sondern der beherrscht die halt, aber er ist halt der gütige Anführer. Aber das ist natürlich, ja, kann man natürlich kritisch sehen. Es gab auch diesen Moment, wo er mit Dinosaurus da so Pläne zurecht geschmiedet hat und ihm dabei seinen Eroberungsplänen geholfen hat, wo ich dachte, okay, du schrammst da gerade echt so ein bisschen an so ein paar Grenzen vorbei, wo dann so gar ein Sessel hingeht und man hat, Moment mal, Moment mal, ich erkenne dich gerade nicht wieder, wolltest du nicht das verhindern? Also auch da hat er immer wieder so seine Grenzen überschritten. Ja, genau. Oder eben auch bei der Erziehung von Oliver, seinen kleinen Halbbruder, da gibt es auch immer wieder Momente, da hat er auch kurzzeitig diesen obligatorischen Kostümwechsel, um seine andere, düstere Besinnung zu zeigen. Auch da war er immer wieder so ein bisschen auf der Kippe. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, also würde er je irgendwelche Grenzen dann überschreiten. Ja, okay, aus grundsätzlichen Erwägungen Adrien würde ich dir zustimmen, dass er natürlich letztlich schon ein totalitäres System ganz am Ende aufmacht, auch wenn es mit bestem Wissen und Gewissen geschieht, aber es ist natürlich nicht demokratisch und deswegen per se nicht das Beste nicht die beste Form der Regierung, ganz klar. Aber wenn es darum geht, das Gute unter das Volk oder die Völker zu bringen, dann ist das doch grundsätzlich eine heere Absicht. Und auch die Zusammenarbeit mit diesem Dinosaur, einem, wenn man so will, Öko-Terroristen, der jetzt auch konkret an einem Beispiel mal, der lässt Bomben hochgehen, die dafür sorgen, dass eine US-amerikanische Großstadt ausgelöscht wird oder noch auch krass, er sprengt quasi die Polkappen, glaube ich und letztlich steigt damit weltweit der Meeresspiegel, was natürlich den Tod von Millionen von Menschen zur Folge hat, aber er macht es ja, also dieser Dinosaur, der tötet quasi dafür und das hätte Mark auch nie gewollt, aber die grundsätzlichen Absichten von Dinosaurn, nämlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen, aber halt mit Mitteln, die möglichst keine Toten zur Folge haben, das ist ja dann der Ansatz, den Mark wählt und versucht dann mit Dinosaur da zusammenzuarbeiten, was ja auch in einem gewissen Rahmen gelingt, also nochmal, ich habe nicht das Gefühl, als wäre er je so böse, böse, so Standardböse und geht deswegen über eine Grenze. Absichten sind immer, ich glaube, seine Absichten sind auf jeden Fall immer gut und das wird auch und im Grunde erreicht er ja auch immer positive Konsequenzen. Man kann aber, also ich gehe da halt manchmal aus so einer Metasicht da so ein bisschen raus und sage, okay, wenn Mark jetzt nicht so ein absolut grundguter Typ wäre, sondern wenn er Schattenseiten hätte, dann wäre halt irgendwie diese Tatsache, dass er halt so im Alleingang ohne irgendwelche Checks and Balances halt so Macht ausübt und weltveränderte Dinge entscheidet. könnte man eigentlich kritisch sehen, weil also quasi die Message dahinter, frage ich mich dann manchmal, ist das jetzt, genau, die Message dahinter, dass es irgendwie, dass man irgendwie die Macht einem Typen geben könnte, wenn man nur den richtig guten Typen findet. Ja, es ist ja tatsächlich was, das ist ja angelegt, also zum einen erst einmal, wenn man so will, gibt es ja im großen Stellanen Krieg am Ende, wenn man so will, zwei Parteien, nämlich die Viltromiten und dieser Allianz ist es glaube ich, auch da gibt es am Endeffekt immer einen jeweils an der Spitze, der stellvertretend für die alle steht und da so ein bisschen auch das finale Sagen hat, aber gerade insbesondere bei der Figur von Mark, der ja halb Viltromit ist, ist es ja ein Stück weit angelegt, also hätte er jetzt gesagt, okay, alle Viltromiten sind böse, weil es hat sich quasi durch die, durch den Völkermord, den die ja an sich selbst begangen haben, dafür gesorgt, dass nur die starken, brutalen, durchsetzungsstarken Viltromiten überleben, dann wäre er ja mehr oder weniger einer davon, also das heißt also, man hätte durchaus diesen Weg wählen können und wir sehen ja auch Parallelwelten zum Beispiel, in nahezu allen Parallelwelten, die wir sehen, in denen es auch einen Mark Grayson gibt, hat er sich seinem Vater tendenziell eher angeschlossen, das ist ja so, er ist die Ausnahme im Multiversum, aber das ist ja auch das Gute so ein bisschen, also man ist nicht durch seine Gene, seine Abstimmung oder seine Herkunft bestimmt, sondern durch die Entscheidung, die man selbstbewusst im Leben trifft, das ist so ein bisschen ja auch eine Aussage, die dann hier drin steckt, wie sie Mark formt und zu dem, sagen wir mal, guten Menschen macht, der er dann letztlich ist. Ja. Ja. Ja Mensch Patrick, dann, wir hatten jetzt auch schon ein bisschen von ihm gesprochen grob, gibt es ja auch noch Nolan Grayson, ich weiß gar nicht, ist das irgendwie Nolan, ach den Namen Nolan hat er sich glaube ich inspiriert durch seinen echten Namen glaube ich gegeben, was ist Nolan Grayson so für eine Figur? Auch genannt Omni-Man, was eben super lustig ist, er wurde damals quasi auf die Erde gesendet, um Planeten zu erobern, aber dann ist er auf Marks Mutter getroffen, hat sich da verliebt und ja, hat dann den kleinen Mark zur Welt gebracht und irgendwann merkt er, scheiße, er muss ja trotzdem noch die Welt erobern, metzelt dann die Guardians of the Globe zu einem Großteil nieder und gerade als Mark quasi seine Heldenfähigkeiten entdeckt, fängt es in ihm an zu brodeln und er muss Verantwortung übernehmen für das, was er hat schleifen lassen und wie wir später merken, er ist noch der harmlosere, die anderen Veltromiten sind nochmal einige Spuren heftiger. Ich finde besonders auch er läuft eine richtig, richtig gute Entwicklung durch, wie er von diesem Pflichtbewusstsein dann immer wieder mehr seine Menschlichkeit findet, auch in coolen Team-Ups mit Alan dem Alien zum Beispiel. Aber er ist für mich einer der interessantesten Charaktere, das ist quasi der Negan von Invincible. Ja, stimmt, ich habe bei Negan nur so eine grobe Ahnung, in welche Richtung die Figur sich entwickelt, aber der macht auch eine ganz schöne Wandlung durch, oder? Genau, ja. Ja, ja. Und ist es nicht letztlich eigentlich auch so ein bisschen, es ist ja eigentlich mal ein interessanter Ansatz gewesen, zumindest so zu Beginn, was man aus der Figur des Omnimans so gemacht hat. Ich meine, in einem gewissen Rahmen ist es ja auch, wenn wir uns mal, ich meine, es ist halt ein Superheld, also eine Superman-Kopie jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass wir quasi einen bösen Superman sehen. Da gibt es ja auch diverse andere Interpretationen davon, sowohl in Comics als auch in Filmformen. Und das ist ja per se schon... Ja, ne? Ich meine, genau so sieht es nämlich aus. Das... Aber warum ist Nolan... Für mich ist Nolan deswegen auch eine spannende Figur, weil er eben auch diese ganzen Wandlungen durchmacht. Ja, also auch hier ist wirklich nichts zu viel verraten, ist außerdem Spoiler-Karte, dass er auf die gute Seite der Macht irgendwann wechselt und dass er dafür auch verschiedene Motivationen hat. Ich muss sagen, was mir ein bisschen schwer fiel, auch wenn es mindestens drei, wenn nicht gar viermal erklärt worden ist, ist so dieser Wechsel von böse auf gut, weil er dann doch irgendwie, finde ich, relativ kurzfristig kommt. Zumindest die Entscheidung, Markte nicht zu töten, die scheint eher so eine kurzfristige aus dem Bauchhaus-Entscheidung gewesen zu sein. Mit Zweifel kommt er halt wieder und tötet ihn dann. Aber dieser Redemption-Arc, der ist ja letztlich also diese... Also diese... Das nochmal Revue passieren lassen und alles, was man getan hat, vielleicht nochmal zu überdenken, das ist ja wahrscheinlich erst im Anschluss geschehen, als er dann auf einem anderen Planeten eine neue Familie gründet. So erkläre ich mir zumindest, warum er, der Nolan, nicht nur mal eben kurz gut wird, sondern auch langfristig gut bleibt. Oder genug Zeit hat er, alles zu überdenken. Du musst eben überlegen, da wurde er nochmal mit der Ideologie der Vetrominiten konfrontiert, eben weise sein, was, du hast dich mit einem insektenartigen Wesen fortgepflanzt und in dem Moment, wo sie dann seine anderen Kinder beziehungsweise sein anderes Kind abschlachten wollen, seine andere Frau, in dem Moment wird ihm das wahrscheinlich gerade erst bewusst, was er da die ganze Zeit für sture Regeln, für eine Ideologie gefolgt hat. Wann das passiert ist, ja, das frage ich mich auch, weil das echt relativ kurzfristig passiert ist. Aber die Idee dahinter gefällt mir schon, dass er die Ideologie hinterfragt und dass wir wirklich den Großteil der Vetrominiten als extrem krank erleben. Gerade die sorgen ja wirklich für den einen oder anderen Schockmoment. Ich sage nur, wo Mark Grayson von dieser Vetrominitin vergewaltigt wird und das wirklich einige Zeit an ihm nagt. Das war auch ein heftiger Schockermoment zum Beispiel für mich oder dass einer der Vetrominiten scheinbar erst mal Eve tötet und man denkt, scheiße, was ist jetzt passiert? Und das waren so diese paar Momente, wo ich dann wirklich so schockiert vor dem Comicheft war, das erst mal kurz zur Seite gelegt habe und dann erst weitergelesen habe, ja, es ist ein Page-Turner, aber manchmal schockt dich da die Gewalt schon. Nicht wie bei einem Walking Dead, wo Laurie mit ihrem Kind auf einmal umgebracht wird. Solche Gewaltspitzen gibt es hier eben auch, diese legendären Kirkman-Gewaltspitzen, die manchmal wirklich schwer verdaulich sind, aber auch irgendwie wachrütteln und diese Gewalt, die passiert ja nicht irgendwie um der Gewaltwillen, diese Gewalt trägt auch oft immer irgendwie zur Handlung bei, bringt Charaktere in die richtigen Richtungen, sei es irgendwie körperlich oder auch geistig, sorgt das immer wieder dafür, dass da gewisse, dass das Spielfeld immer wieder durchgerüttelt wird ordentlich. Ja, diese Gewalt und Brutalität ist natürlich ein großes Merkmal auch der Serie, über die wir uns auf jeden Fall mal länger unterhalten können. Adrian, das ist definitiv eine Reihe, das splattert überall, man kann aber auch sagen, dass gerade wenn es bei den Wildromiten splattert, dann ist es nur halb so schlimm, weil gibt denen mal zwei Monate in der Sonne rumliegen, da sind die wieder fit. Na, da ist das Loch und Bauch wieder zu. Da ist das Loch und Bauch wieder zu, absolut, aber, ich meine gut, wie gesagt, das sind wesentliche Facette der Serie, aber ist es eigentlich gut? Wärst du dich auch mit weniger Gewalt gegangen? Superman kann er auch ohne. Ja. Ja, naja, das ist aber, das gehört irgendwie für mich zum Gesamtkonzept der Serie so ein bisschen dazu, einfach die, die verschiedenen Aspekte der Superhelden zu nehmen und sie so, ein bisschen so konsequent auszuerzählen. Einfach an dich zu sagen, okay, das ist jetzt das Superhelden-Klischee, das benutzen wir jetzt einfach so, weil es halt immer so benutzt wurde, sondern Kirkman hat sich da oft dann überlegt, okay, wie wär's denn wirklich, wenn jetzt mal so extrem superpowered Aliens irgendwie ankommen und einfach mal auf den Menschen eindreschen, der würde halt einfach zu brei verarbeitet. Oder muss ja nicht nur Menschen sein, natürlich auch verschiedenste Aliens, die da vorkommen. Und das ist halt so ein bisschen die Sache, die ansonsten in Superhelden-Comics natürlich auch, weil sie ja zumindest lange Zeit vor allem für ein junges Publikum gemacht wurden, eher so zurückgehalten wurde, gesagt, okay, Superman haut irgendwie den durch ein Gebäude durch, aber dabei kriegen sie trotzdem beide keinen Kratzer. Und hier wird's halt einfach mal anders angegangen und gedacht, okay, wie wär das denn wirklich, wie könnte man sich das vorstellen, würden die wirklich so unversehrt davon kommen oder würden dann da halt schon auch mal irgendwie die Gliedmaßen durch die Gegend fliegen und das Blut in Strömen fließen. Und es dient halt natürlich vor allem diesen Schottenmomenten, die halt auch wirklich sehr effektiv sind und manchmal sogar aber auch Comedy, das ist irgendwie teilweise ein bisschen so fast so ein Splatter-Comedy, weil es so übertrieben ist, dass man schon drüber lachen muss, so okay, das ist die Augen aus dem Kopf und weiß nicht was, da denkt, okay, es ist einfach einfach so drüber, dass man das gar nicht mehr als Gewaltexzess wahrnimmt, sondern nur noch so als als Farce. Und gerade bei den Wildtruminiten. Ja, genau. Zum Beispiel dieser Kampf von dieser Battle Beast da, diese Kampf weißer Tiger-Dingsbums, gegen den Thrull heißt er, glaube ich, Tarl. Thrag. Ja, also auf der einen Seite quasi der Anführer der Wildtruminiten, einer, der glaube ich nicht extra gezüchtet wurde, aber zumindest von Anfang an auf anführen und kaputt machen trainiert worden ist, auf der einen Seite also quasi der krasseste Wildtruminiten und auf der anderen Seite eben Battle Beast, eine Figur, die, von der wir im Nachhinein erfahren, die quasi so einen Fluch hat und die gar nicht anders kann, als zu kämpfen, bis sie auseinanderfällt und das ist dann natürlich schon ein epischer Kampf, wo dann auch so ein bisschen die Kämpfe mehr mehrere Tage und so, das kriegen wir dann da quasi so nebenbei erzählt, ohne dass wir so viele einzelne Seiten davon sehen und das ist halt schon krass, ja, Patrick? Ich würde sagen, in den Momenten hat das fast schon sogar so einen Dragon Ball Vibe. Ja, genau. übertriebenen Kämpfen. Ich meine, wir haben ja auch in der Reihe einen Two-Punch-Man, also angeliegt an den One-Punch-Man natürlich. Ja, aber obwohl wir es mit der Brutalität hatten, ja, ich meine, ohne dass ich es jetzt komplett im Detail sagen muss, aber quasi der finale Kampf, ja, zwischen Thrak und Mark, wie der stattfindet, wo der stattfindet, wie dann auch gewonnen wird im Endeffekt, das ist ja, das ist, also das ist nicht nur nicht brutal, das ist auch mega absurd letztlich komplett, das ist wirklich, dieser Dragon Ball Vergleich ist eigentlich echt passend, wo du ihn so sagst, das ist wirklich eine Facette, aber es ist vor allem auch, wie du sagst, Adrian, es ist halt zu Ende gedacht, ne, es ist, es ist, es ist konsequent zu Ende gedacht mit, was wäre denn jetzt wirklich, wenn das eine zum anderen kommt, wie, ähm, geht man mit Figuren um, die vielleicht dann auch überlebt haben oder die mal was Böses gemacht haben, müssen sie, muss ich jetzt auf ewig diese quasi als böse abgestempelte Figur auch irgendwo dann jetzt wegsperren, weil die war ja böse oder kann ich die vielleicht auch für meine Zwecke verwenden oder kann ich vielleicht sogar mit der zusammenarbeiten, um irgendwelche höheren Ziele zu erreichen, also dieses Zu-Ende-Denken, das ist was, was für mich die Serie auch auf auszeichnet, weil das im Laufe dieser 144 Ausgaben, ich kann es nochmal betonen, vermehrt irgendwann eine Rolle spielt. Das finde ich dann eben in dem Zusammenhang das Schöne, weil man hier wirklich so ein paar Gedanken konsequent zu Ende denkt, die man bei einer Batman-Serie, bei einer Justice League-Serie oder bei einer Marvel-Serie eben einfach nicht zu Ende spielen dürfte, weil man ja im Hinterkopf noch die 30, 40 anderen Hefte hat und die anderen Jahre voraus plant. In Winstable hat da wirklich die Freiheiten, dass Robert Kirkman in seinem Universum machen konnte und immer noch macht, was er will und das dann eben konsequent durchzieht, ohne dass ihm da ein Verlag dazwischen grätscht und sagt, nee, 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 nee. Alan, das Alien muss jetzt leben oder solche Sachen. Und nein, sorry, Alan stirbt nicht. Nee, Alan lebt doch. Und wir haben uns jetzt hier schon an den Figuren ein bisschen lang und wenn wir schon über Nolan Grayson sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Debbie Grayson sprechen, also Marks Mutter und das ist ja so eine Figur, die also nicht nur für die Sexy Time zuständig ist, ganz klar. Die ist ja, was die Figur alles mitmacht, das ist ja der Wahnsinn. Die wird nicht einfach nur verlassen, die wird bloßgestellt, emotional zerrissen, und ganz nebenbei wird fast ihr Sohn von ihrem Ehemann totgeprügelt. Dann sehen wir ihr aber auch dabei zu, wie sie vermehrt auch in der Rolle letztlich irgendwie der Nanny aufgeht. Also sie scheint eine gewisse Befriedigung daraus zu ziehen, für Babys und Kinder zuständig zu sein. Das ist eigentlich ein relativ durchgängiges Motiv ab dem Zeitpunkt, wo sie, sagen wir mal, vom Alkohol losgekommen ist. Ja, das heißt, es gibt auch diese Alkoholphase, die mir in der TV-Serie zum Beispiel auch noch deutlich relevanter zu sein scheint, diese Phase. Und das ist auch so eine Figur, wie gesagt, die ist für diese Alltäglichkeiten da, also auch, wie gesagt, ich hab sie sexy time genannt, aber auch, wenn man die den ersten Ausgaben dann mal durchscrollt, wir haben ja dieses Familienleben aus Mark, Nolan und Debbie, und dann ist, keine Ahnung, der Nolan mal eben weg, und er kommt aber auch erst nach, keine Ahnung, ein paar Monaten wieder, und dann kommt raus, ja, er war in irgendeiner Paralleldimension oder auf einem anderen Planeten, musste da die Apokalypse verhindern und sonst was nicht alles tun. Für ihn sind mehrere Jahre vergangen, für uns, also beziehungsweise das Lesende oder eben Familie Grayson, nur ein paar, ja, Wochen oder Monate, und daraus ergibt sich natürlich irgendwann eine gewisse Alltäglichkeit, weil das halt auch regelmäßig passiert, und gerade in den Momenten, wo die so als Familie zusammensitzen, da kommt das schon auch mal raus. Ja, irgendwie hatten wir jetzt von einem Drachen gesprochen, da muss man eben noch der Drachen bekämpft werden, bevor wir zum Abendessen gehen können, und so weiter, und so weiter. Also ich finde, dass gerade diese, und das eben auch irgendwie zu Ende gedacht, eine Alltäglichkeit aus dem Superheldenleben, im Familienleben natürlich irgendwie auch dann einhergeht, dass man irgendwann auch nicht mehr sofort sich Sorgen macht und weint, wenn der Superhelden-Ehemann mal eben nicht nach Hause kommt, sondern erst später oder mal, keine Ahnung, einen Monat gar nicht. Das ist schon, finde ich, auch faszinierend und sehr interessant. Also auch die Figur der Debbie Grayson ist für mich eine, die ich grundsätzlich interessant finde, auch wenn, und das vielleicht mal als Kritikpunkt, man schon auch sagen könnte, und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, Adrian, als jemand, der selber Figuren schreibt, sie ist auch irgendwann schon halt, also eigentlich ist sie die ganze Zeit irgendwie abhängig von ihrem Ehemann, dann ist der Ehemann nicht mehr da, also trinkt sie dann, sie kommt im Gegens, also in den Comics auch nicht mehr so gut auf die Füße wie jetzt scheinbar in der TV-Serie, dann ist sie irgendwann halt in dieser Nanny-Funktion oder Grandma-Funktion oder was auch immer und zwischendurch ist sie halt das Betthäschen von Nolan. Also, so eine richtig starke Frauenfigur ist sie ja wahrscheinlich doch nicht. Oder wie siehst du das? Ja, also klar, das kann man schon mal so aus feministischen Gesichtspunkten kritisieren, dass sie halt primär so in der, also über die ganze Serie hinweg eigentlich, ihre primäre Funktion ist halt Mutter zu sein, also und sich um die Kinder zu kümmern und das ist natürlich eine sehr traditionelle Rollenvorstellung erst mal, aber ich finde es natürlich trotzdem ganz cool, dass sie, dass sie trotzdem auch Platz bekommt in der Serie, dass man halt auch guckt, okay, was für Auswirkungen könnte das haben auf die Partnerin von so einem Superhelden oder die Mutter von einem Superhelden, dass sie jetzt auch nicht völlig an den Rand gedrängt wird, sondern dass sie auch irgendwie ihre eigenen Storylines bekommt und ihre Psyche irgendwie eingehender beleuchtet wird. Das finde ich dann schon ganz gut und ganz spannend und ich habe es jetzt aus den Comics nicht mehr so komplett im Blick, aber gerade so jetzt in der zweiten Staffel der Animationsserie fand ich es dann doch auch ganz, ganz spannend gelöst, wie sie so damit umgeht, dass eben ihr ihr Mann irgendwie die Guardians of the Globe umgebracht hat und ihren Sohn fast zu Tode geprügelt hat und so weiter und dann sie verlassen hat und ihr ganzes Leben lang sie angelogen hat und so und das ist hat schon auch thematisch interessante Gesichtspunkte, also der Stichpunkt Gaslighting, das ist ja irgendwie was, was schon irgendwie viele Frauen in Beziehungen erfahren, dass halt die Männer sie so systematisch anlügen und sie damit auch so ein bisschen ihrer geistigen Gesundheit schaden und deswegen finde ich die ja auch spannend, auch wenn es natürlich Aspekte gibt, die man natürlich irgendwie kritisieren kann, weil es halt so ein bisschen sehr dem Rollenklischee für Frauen entspricht. Ich finde aber, das wurde in der Serie ganz gut modernisiert und angepasst, bin aber der Meinung, dass dieser Part, den wir ihr vorwerfen, den sie nicht so ganz hat, den hat irgendwie dann aber Atom Eve abbekommen und gerade sie und Atom Eve erden die Reihe ganz gut, also die bringen immer wieder auch sehr geschickt so diese zwischenmenschliche Komponente mit rein, das dafür sorgt, dass wir die Charaktere eben auch aus einer Malu-Perspektive sehen, damit dann später auch die Schockmomente sitzen, also wären uns die Charaktere alle so egal, dann würden diese Schockmomente, die später eintreffen, nicht so sitzen, deswegen ist es immer wieder gut, dass es ab und zu mal vielleicht so eine Leerlaufphase hat, dass es da so ein bisschen menschelt, dass da diverse Beziehungen auf den Prüfstand gestellt werden, das haben wir auch zum Beispiel mit Rex und seiner Freundin, dass der auch eine gewisse Zeit lang geerdet ist, bis dann da dieses Stranden auf den Planeten passiert und bis er da auch so eine Art Diktator wird und dann komplett korrumpiert, also das Menscheln, das muss immer wieder sein, damit später der Rest die Twists dann wieder sitzen und reinhauen, weil ja sie und Atom Eve waren für mich so die zwei guten Seelen der Reihe. Wo du Atom Eve ansprichst, die ist natürlich gerade im Verlauf der Serie immer relevanter auch für unseren Protagonisten und irgendwann ist die komplette Handlung auch schon ein Stück weit darauf abgestimmt, dass die beiden als Einheit letztlich auftreten. Was mir bei Atom Eve ganz gut gefallen hat, sind zwei Aspekte im Wesentlichen. Also zum einen, dass sie einfach aus einem Elternhaus kommt, das überhaupt nichts davon hält, dass sie ja einfach Dinge machen kann, dass sie grundsätzlich die kompletten finanziellen Probleme der Familie lösen könnte von jetzt auf gleich, dass sie mit mir arbeiten gehen müsste und die da irgendwie also völlig aus einem Hintergrund kommt, der ihr nicht die Chancen gibt, die sie vielleicht verdient, ja auch zum Beispiel im Sinne von Bildung und so, die ist ja super smart, ich meine die kann ja schon in jungen Jahren keine Ahnung, sich auf atomarer Ebene mit Dingen beschäftigen und da entsprechend ihrer Kräfte auch Sachen verändern, das geht ja überhaupt nicht, also das hat sie nicht ihrem Vater zu verdanken, der letztlich sie gerne lieber als romales Mädchen hätte, was ja so ein bisschen auch zum Beispiel diese X-Man-Thematik ja auch ist, da haben wir ähnliche Situationen, dass junge X-Men ihre Kräfte bekommen und plötzlich von dem Elternhaushalt verstoßen werden, so ein Stück weit steckt das hier auch drin und ist natürlich da auch eine sicher nicht ganz, also sicher eine beabsichtigte Parallele und auch wenn ich finde, wir müssen teilweise ein bisschen sehr, jetzt gerade wenn sie mit Marc dann wirklich zusammenkommt, einfach jetzt mal hinnehmen, dass die sich mögen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie ist einfach sehr attraktiv, deswegen hat Marc sie immer schon auf dem Schirm und irgendwann ist halt Amber, seine erste Freundin, aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr seine Freundin und dann geht er halt nicht unbedingt zur nächsten, aber dass es gleich die große Liebe sein soll, das muss man glaube ich, finde ich, einfach hinnehmen, ich finde, das wird nicht ganz vollends erklärt und ab dem Moment, wo die dann zusammen sind, sind alle folgenden Schritte, bis hin zum, äh, eher ein Kind, ein Kind haben die glaube ich am Ende, ne, ist ein Kind, bis dahin, das muss man halt so ein bisschen, finde ich, hinnehmen, da ist dann wirklich der Klassiker dabei von, äh, da wird mal irgendwer betrogen, da wird, wie gesagt, mal wer vergewaltigt, da gibt's dann auch mal die Phase, dass man gedacht hat, man ist getrennt, weil man sich monatelang nicht gesehen hat, weil diese Superheldenalltäglichkeit für Eve in dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht am Start ist, ähm, sie ist zum Beispiel auch eine Figur, deren Bodymassindex innerhalb der Serie auch mal schwankt, was mir total gut gefallen hat, weil ich finde, das wird ganz toll erklärt, auch, wie sie damit umgehen, wie sie damit umgeht, was für eine, ähm, ich will nicht gleich von einer Lösung sprechen, aber was das auch mit ihren Kräften zu tun hat und so, ähm, das kann man ja mal erzählen, sie ist ja, also quasi alles, was sie erschafft, erschafft sie ein Stück weit aus sich selbst, das heißt, sie kann viel essen und wenn sie viel isst, dann kann sie eben auch viel erschaffen und wenn sie ihre Kräfte nicht mehr benutzt, weil sie zum Beispiel Angst hat, es könnte irgendwas schief gehen, unter anderem ist das der Fall, wenn sie schwanger ist, dann hat sie halt Angst, dass wenn sie ihre Kräfte benutzt, dass mit dem Kind irgendwas ist oder dem Kind was passiert, dann stellt sie es ein, ihre Kräfte zu benutzen, das heißt, sie hat weniger Verbrauch und damit setzt sie halt einfach ein bisschen zu, das fand ich wahnsinnig, einfach auch sympathisch, einer Figur, die mir insgesamt, natürlich wie viele Figuren hier auch wirklich gut gefallen hat, auch mal dabei zuzugucken, dass sie nicht die ganze Zeit hier so ultra dünn ist, das ist ja auch wieder so eine Figur, da, 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 da habe ich einen ganz tollen Vortrag mal gesehen von der Lisa Frühbeiß über Posing von weiblichen Superheldinnen und das kommt hier wie die Faust aufs Auge, ja, also wie die halt hier, teilweise ist sie mehrfach gebrochen in ihrer Wirbelsäule, das geht so nicht oder es gibt dann auch diesen Moment im Comic in der Reihe, wo sie dann sagt, sie hat Heilungskräfte und es gibt zum zweiten Mal den Moment, dass sie quasi ihren kompletten Körper heilen muss und bei einer dieser Heilungsmomente hat sie mal eben gleich ihren Busen noch angepasst, der wäre jetzt halt ein bisschen größer und ist ja auch ganz schön so, also das fand ich ein bisschen natürlich auch so als ein Meta-Moment so, das ist zwar alles ganz lustig, ich glaube, die kreativen Köpfe hier hinter Invincible sind sich durchaus bewusst, was für eine Wirkung Atom Eve so hat und zwar auch auf die Lesenden, ja, also fand ich irgendwie recht smart, bis auf wie gesagt den Punkt, dass ich diesen Moment, wo man so halt jetzt nachvollziehen muss, warum die jetzt zusammen sind und so und warum die sich wirklich lieben, ja, das fand ich schwierig, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Liebe eine sehr individuelle Sache ist. Adrian, hattest du auch den Moment, dass das für dich ein bisschen schwierig war oder erzähl generell mal Atom Eve, wie wirkte die auf dich? Ja, also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, dass ich irgendwie darüber gestolpert bin, dass sie zusammen kamen, gerade auch, weil es halt schon angelegt war, dass die sich vielleicht ganz gut finden, lange bevor Invincible überhaupt mit Amber zusammen kamen, also es war irgendwie klar, okay, die findet er von Anfang an gut und die mögen sich, aber sie war damals halt irgendwie noch mit Rex Blow zusammen, glaube ich, oder mit, ja, was ich glaube. Und da bin ich jetzt nicht so drüber gestolpert, aber es ist natürlich auch wirklich sehr, sehr lange her, dass ich den Teil gelesen habe. Grundsätzlich kann man bei Adam Eve natürlich auch kritisieren, dass sie halt, ja, dass sie das eine der Rollen, zumindest die sie in der Story erfüllt, halt vor allem wie Eye Candy ist, dass sie halt die meiste Zeit halt sehr sexy gezeichnet ist und diese Rolle erfüllen muss, aber ja, da ist trotzdem auch noch eine ganze Menge darüber hinaus los, also da ist, passiert schon eine spannende Entwicklung und gerade auch diese, ja, diese Körpergeschichten, Body Image Probleme, die sie so hat, dass das überhaupt thematisiert wird in so einem eskapistischen Superheiden Comic ist schon auch was Besonderes eigentlich. und ich glaube, mich zu erinnern, dass das ganz gut gehandhabt wurde, aber ja, also gerade so der, der mittlere Teil von der Serie, der halt auch noch nicht von der Animationsserie adaptiert wurde, ist mir jetzt nicht mehr so ganz so präsent teilweise. Da gab es dann auch die Momente, wo sie dann auf einen anderen Planeten übersiedeln müssen, weil unser Robot auf einmal alles korrumpiert und dann ist die Frage, ja, die haben ein Kind, verträgt das Kind das Alienessen verträgt das Kind quasi die Vegetation des anderen Planeten, wo die alle erstmal mit der Planetenübersiedlung sich an die Gravitation des Planeten anpassen müssen. Solche Gedanken, das fand ich so schön, dass man sich über nicht unbedingt alltägliche Gedanken, aber über diese Logik dann auch Gedanken macht und das irgendwie zumindest glaubwürdig darstellt. Ich weiß nicht, wie wir auf einem anderen Planeten leben würden, aber es klang für mich zumindest plausibel, wie sie dann damit umgegangen sind. Ja, es ist ja irgendwie auf der Erde schon so, wenn man ein Baby hat, dann muss man bei jedem Nahrungsmittel googeln, ob man das einem Baby schon geben kann und wenn man dann auf einem anderen Planeten ist, wo gar keins der Nahrungsmittel einem irgendwie bekannt vorkommt, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema und das ist cool, dass das eben auch da so konsequent durchgedacht wurde und genau so mit der Schwangerschaft, dass man halt denkt, okay, wenn ihre Fähigkeit daraus besteht, ihren eigenen Körper zu verändern, was macht das dann mit einem Embryo in ihrem Körper und dass sie dann eben dieses Risiko nicht eingehen will. Also das ist schon eine ziemlich clevere Idee. Deswegen finde ich, ist sie die konsequentere Weiterentwicklung von Marks Mutter. Auch da siehst du immer wieder gewisse Parallelen, nur finde ich es hier deutlich besser herausgearbeitet, dass sie eben nicht nur die Mutterfigur ist, nicht nur das Eye Candy, sondern eben auch, dass er mit dem Body Mass Index dann gekonnt, gebrochen und gespielt wird. Also sie macht nicht nur optisch eine Veränderung durch, sondern auch innerlich und ich bin mir sicher, dass sie Mark eben erdet und dafür sorgt, dass er eben nicht komplett korrumpiert in Momenten, wo er gerade auf der Kippe steht. Ja, sie ist auf jeden Fall grundsätzlich, glaube ich, ein ganz guter Einfluss auf ihn. Sorgt ja zum Beispiel irgendwann auch dafür, dass sie so eine Firma aufmachen, weil sie irgendwann Geld brauchen und dann ist er quasi so ein bisschen Hero for Hire. Sie kannst ihn halt dann buchen quasi und das machen ja auch Firmen, wo er dann halt Geld dafür kriegt, dass er tut, was er so tut, weil er eben nicht mehr im Bürgerladen arbeitet und eben auch eine Familie ernähren muss. Aber weil ihr gerade auch diese Momente angesprochen hattet, wo sie ja auf diesen anderen Planeten umsiedeln, das ist ja der Hauptplanet oder zumindest ein sehr wichtiger Planet von dieser interstellaren Allianz, wo sie quasi eingeladen werden und das steht ja so ein bisschen auch stellvertretend, finde ich, überhaupt für die Entwicklung der Serie. Es geht ganz klein los mit unserem Highschool-Boy. Irgendwann, auch schon in den ersten Issues, kommt dann Alan, der erste Kampf mit Alan und ab dem Zeitpunkt passiert so viel auch dann irgendwann auf intergalaktischer Ebene, Raumschiffe, diverse Rassen, bis dann halt eben auch diese Alltäglichkeit auch auf einem anderen Planeten mal gezeigt wird, wie sie dann da eben plötzlich auf diesem Planeten leben, der ganz andere Designs auch hat. Das sieht eben aus wie ein Alien-Planet, wie man sich so ein Alien-Planet zumindest in einem Comic vorstellen kann. Da ist da plötzlich dieser eher absurd wirkende Vogel auf dem Balkon, der entweder zwei Gesichter oder zwei Prosetten hat, Porosetten, man weiß nicht so genau, und dann spalt er da plötzlich irgendwas auf dem Boden, was höchstwahrscheinlich einfach säurehaltige Kacke ist und das natürlich mega verstörend ist auch für Eve und so. Also da ist so eine Riesen-Range dabei, die natürlich aber wirklich auch in den vielen Jahren irgendwo ja, da muss halt auch was passieren, du kannst natürlich nicht 14 Jahre lang Highschool-Geschichten mit Superhelden erzählen, Hashtag Spider-Man. Das ist dann schon irgendwie ganz geil, dass es diesen intergalaktischen Aspekt annimmt und wird dann auch die Figuren drauf reagieren und gerade Samantha Eath Wilkins aka Adam Eath hat ja schon auch Probleme damit, sich mit diesen Gegebenheiten auf diesem Anableten anzufreunden und das Beispiel mit der Verträglichkeit von Nahrungsmitteln, das war jetzt eigentlich ein ganz gutes, Adrian. Also auch diese Figur, die wir über so viele Jahre entdeckt begleiten oder naja, doch Jahre letztlich, ist für mich ist top. Supi. Auch wenn ich es arg vereinfacht finde, wenn die sich da alle im All bekriegen, natürlich können die direkt alle instant telepathisch sprechen, also da hat man direkt mal einfach so die einfachste Lösung überhaupt eingebaut. Es fängt schon an, als er zum ersten Mal auf Alan trifft und zieht sich ja dann später immer wieder die Treffen aufeinander und die unterhalten sich direkt mal telepathisch. Das muss nicht trainiert werden, das haben so intuitiv alle drauf irgendwo. Ich dachte, da gäbe es eine Erklärung für. Ja, irgendeine gibt es, aber ich weiß ja auch nicht mehr. Okay. Es gibt eben wahrscheinlich der Vater am Anfang bei den Flugstunden. Ja, die Storytelling-Erklärung ist natürlich, dass sie einfach keinen Bock hatten, dass sie dann irgendwie immer noch ihre Weltraumhelme auspacken müssen und ihre Fluggeräte und weiß nicht was. Das wäre halt super unfaktisch und würde die Szenen sehr verlängern. Das ist wie bei Steampunk. Mach einfach einen Kessel dran und gut, iss. Es gibt unzählige weitere Figuren hier. Das ist natürlich bei so einer Riesenserie so, dass man jetzt hier ganz viele im Detail auseinandernehmen könnten. Das möchte ich natürlich nicht unbedingt tun. Es gibt sicherlich aber eine Handvoll, die muss man zumindest noch mal kurz erwähnen. Ich finde, Erwähnung finden kann auf jeden Fall Alan the Alien, den wir gerade schon erwähnt hatten. Wobei ich sage, zu dem habe ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist halt ein krasser Kämpfer. Irgendwann wird er in die Rolle des Anführers der Koalition der Planeten gesteckt und dann ist er halt deren Anführer und muss halt Entscheidungen treffen, die ihm vielleicht auch gar nicht so lieb sind. Die ihn vielleicht sogar mit Mark in einen Konflikt bringen. Aber ich mochte ihn eben immer in der Kombo mit Nolan. Also die beiden zusammen waren ein super Team-Up. Muss man dazu sagen. Ja, ein bisschen Buddy Cops. Ja? Ja. So ein bisschen Green Lantern eben halt als Cops beziehungsweise als Retter wie der Willen. Ja, das stimmt. Es gibt die Phase, wo sie, nachdem sie gemeinsam inhaftiert waren, ausbrechen und dann für die Allianzen, nicht jetzt die ganze Zeit, aber es ist die Koalition, habe ich hier stehen, arbeiten und letztlich Mittelwege und Waffen gegen die Viltromiten suchen. Denn wer wüsste besser, was für Waffen es gibt als ein Viltromit selbst. Und das sind halt somit die beiden mächtigsten Superhelden der Koalition und dann schickt man die halt mal los. Das war stimmt, so den Buddy-Movie-Vergleich, den fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Das ganze Ding zum Beispiel mit dieser Freundin, die er hat und auch wie die miteinander schlafen, das war ja auch irgendwie ein großes Thema, aber das weiß ich nicht, das fand ich irgendwie ein bisschen unnötig. Das war klar als Auflockerung und witzig, also als Humor-Aspekt, humoreller, als humoristischer Aspekt, sicherlich ganz nett, aber ich glaube, das hätte ich nicht gebraucht. Wobei ich es lustig finde, wie er am Anfang oder relativ am Anfang auseinandergenommen wird. Dann hat er seine ewige Regenerationsphase. Beta spielt das keine große Rolle mehr, weil er irgendwie modifiziert wurde, whatever. Aber er ist im Prinzip so Mark als Alien, also auch er ist so der Jugendliche, der mit der Verantwortung leben muss oder es lernen muss. Er ist ein bisschen einfach gehalten, aber ich mag ihn vor allem in der Serie, weil er da von Seth Rogen mit seiner komischen Lache da synchronisiert wurde. Da passt das. und auch mit dem ersten Trailer, den wir in Verbindung gebracht bekommen haben, von wegen, ja, jetzt ist es endlich mal so weit, dass die Serie released wird, so mit der typischen Seth Rogen-Art. Vielleicht liegt es auch wirklich an ihm, weil Seth Rogen hat uns damals auch über Umwege die Preacher-Serie gebracht, weil er mit Evan Goldberg quasi einmal bekifft da durch das Comicregal gegangen ist und dann haben sie gedacht, ja, okay, lass uns Preacher verfilmen. Schon allein dafür respektiere ich ihn einfach mal, weil er uns diese Serie gebracht hat. Ja, und The Boys hat er auch produziert und jetzt eben in Winstall. Also das ganze, ganze alternative Superhelden-Universum, Comic-Universum ist eigentlich ein großer Teil Seth Rogen und seinem Buddy zu verdanken. Nicht nur das, die letzte Turtles-Verfilmung, also diesen Animationsfilm, den letzten, den haben wir auch ihm zu verdanken und er sollte damals auch eine Darkwing-Duck-Serie produzieren, drehen, also so ein kleines Spin-off zur letzten Duck-Tales-Serie. Lass den Typ öfter mal bekifft über irgendwelche Comic-Franchises los. Es hilft mehr, es ewig zu planen anscheinend. Dann gibt es noch eine Menge weiterer Figuren. Ich denke, was ich auf jeden Fall kurz anschneiden möchte, weil ich es wirklich so faszinierend finde, ist diese ganze Geschichte und die Entwicklung der Figuren Monster Girl und Robot. Es sind ja, Robot selbst ist schon mal faszinierend, wenn wir rauskriegen, okay, was steckt eigentlich hinter dieser, hinter diesem Blechtypen, hinter diesem Roboter? Wer kontrolliert hier was? Und dann eben auch diese Beziehung, die sich mit Monster Girl anbahnt und natürlich diese, und das wird ja auch schön erklärt, längere Zeit, die sie in dieser anderen Dimension verbringen. Die verbringen da, glaube ich, sogar Jahrhunderte, ohne da wirklich zu altern, beziehungsweise ganz langsam zu altern und für uns in der echten Welt, also für Mark, vergehen ein paar Monate oder so, wieder so eine Situation, nur dass diese Jahrhunderte in der anderen Dimension radikalste Auswirkungen auf Robot und Monster Girl haben. sowohl untereinander als auch deren Mindset, was ja dann auch zur Folge hat, dass Robot auch radikale Züge annimmt und alles tut, um seine Vorstellung einer perfekten, ja, Utopie auf der Erde umzusetzen. Er wird von Cecile, einer von mir auch sehr geschätzten Figur, wahrscheinlich meiner Lieblingsfigur, die Frage werde ich euch später nochmal stellen, wird der ja in eine Position gehoben, der Robot, wo er überhaupt in der Lage ist, quasi das zentrale, die zentrale Schnittstelle zu sein, um über alle Superhelden und über alle militärischen Organisationen, über alle Regierungsorganisationen zu wachen und sie dann eben irgendwie auch recht smart und mit Argumenten, die man logisch nicht von der Hand weisen kann, ihn quasi zum Anführer zu machen, er wird dann glaube ich, er wird glaube ich zum Präsidenten gewählt, lehnt aber ab oder irgendwie so, aber letztlich ist er trotzdem, wenn man so will, der Chef der Welt, kurzum, eine mega faszinierende, wie ich finde, Charakterentwicklung, die mir, auch wenn es rückblickend passiert, durch diese Geschichte mit in diese anderen Dimensionen, die ich wirklich faszinierend finde und die auch, auch wenn man guckt, wo Robot zum Beispiel herkommt, ja, dass er eigentlich mal so ein Typ in irgendeiner Röhre war und gerade so in dieser Röhre leben konnte, bisschen halt so einen Typen, der die Welt regiert quasi und auch einer, der finalen Antagonisten dann ja auch ist, der Story, das finde ich so faszinierend, das ist auch wieder so ein Aspekt von, was der Adrian vorhin schon meinte, dieses, es ist zu Ende gedacht und vielleicht sogar noch ein Stück drüber hinaus und das finde ich schon, das finde ich eigentlich, das finde ich total cool, also auf jeden Fall von mir auch, Daumen nach oben für die Ideen hinter Robot und Monster Girl, ja und natürlich ist Monster Girl auch, weil natürlich am Ende wieder eine super attraktive junge Frau, also das finde ich, finde ich schon, finde ich gut gemacht, Adrian, kannst du dich da noch erinnern, das spielt ja am Ende eine große Rolle auch, wie dann diese Welterschaftsgeschichte da mit Robot funktioniert, kannst du dich da noch erinnern, wie dir das gefallen hat? Ja, also fand ich auf jeden Fall super spannend, die ganze Entwicklung von Robot, ich finde das von Anfang an eine spannende Figur, die immer wieder neue Twists bekommt, also irgendwie, dass er sich dann irgendwie diesen geklonten Körper von Rex Bloat macht und wie sich dann die Beziehung zu Monster Girl entwickelt und so weiter, das fand ich insgesamt sehr cool und ja und ich fand es ganz spannend, also ganz am Ende noch irgendwie spannend, wie dann Mark dann sagt, okay hier Robert als Herrscher über die Welt, das war vielleicht nicht so eine geile Idee, aber er behält ja dann trotzdem irgendwie Robots Gehirn am Leben, also ganz am Ende wird dann halt gesagt, okay hier, er wird zumindest irgendwie in beratender Funktion helfen, die Welt weiter zu verbessern, auch wenn er es selber nicht ausführen kann sozusagen, sondern nur seine Gedanken einfließen lassen kann. Fand ich mir ein ganz spannendes Ende für die Figur. Es ist ja bei der auch so, dass sie sagt, und das ist ja eigentlich ein Problem, das sie von Anfang an der Serie bis zum Ende hat, ein Aspekt, dass sie es nämlich nie geschafft hat, sich emotional auf Menschen einzulassen oder andere Figuren, wir reduzieren das jetzt mal auf Menschen, was ja dann auch alle Folgeprobleme irgendwie zur Konsequenz hat. Es ist ihm nie gelungen, die Probleme, die Schmerzen, ja vor allem die emotionalen Aspekte des menschlichen Zusammenseins zu verstehen oder gar selbst zu führen. vielleicht eben auch, weil er quasi alleine und einsam in dieser Glasglocke da aufgewachsen ist und es deswegen nie so kennengelernt hat, auch wenn ich schon das Gefühl hatte, mit Monster Girl wäre er auf einem guten Weg gewesen. Ja. Er ist natürlich eine spannende Kontrastfigur zu Mark, einfach auch, weil er im Grunde viel hat, was Mark halt auch hat. Er hat halt irgendwie die, also er ist sehr stark in seinem Roboter-Körper, er ist extrem intelligent und hat eben auch so diesen Willen, die Welt zu verbessern, aber ihm fehlt halt so das, ja, das Mitgefühl und die emotionale Intelligenz, die dann dazu führt, dass Mark irgendwie der perfekte Anführer werden kann, zumindest so, wie es erzählt wird und dass Robert das eben nicht könnte, weil, ja, weil ihm eben so diese eine Komponente fehlt. Er heißt nicht umsonst Robot, aber auch, ich finde auch, er ist ein guter Kontrast zu all diesen verrückten Wissenschaftler-Charakteren, weil er dadurch, dass ihm das Menschliche fehlt, die gewisse Aggressivität fehlt, also er handelt durchgehend, rational, er ist ja noch nicht mal boshaft, aber das, was er tut, ist in seiner Rationalität extrem übel und sorgt für schlimmere Auswirkungen, als er es hätte denken können. Ich meine, er ist wirklich das komplette Gegenteil zum Beispiel zu einem Engström-Livi, der ja wirklich so das Klischee von einem kranken Wissenschaftler ist oder dieser bekloppte Wissenschaftler am Anfang, der die alle zu Robotern umgewandelt hat. Es gibt so viele kranke Wissenschaftler und da ist er noch mit der Interessanteste, mit der Beste, eben durch die fehlende Menschlichkeit und eben, dass du immer so diesen Moment hattest, wo du denkst, okay, findet er jetzt seine Menschlichkeit und es eben doch nicht klappt, weil er alles über sein Ideal stellt. Wer nichts über sein Ideal stellt, ist der von mir eben schon angesprochene Settles Deadman und der kriegt jetzt von mir auf jeden Fall erstmal Lobeshymnen, weil ich finde den einfach unfassbar geil, auch wenn ich nie ganz verstanden habe, wo der eigentlich nochmal genau herkommt und wie er zu dem geworden ist, was er ist. Das finde ich nie, es gibt ein Heft, da wird so angedeutet, was der eigentlich für eine Vergangenheit hat, das irgendwie mit diesem Captain Brit irgendwas, ist keine Ahnung, aber Cecil Steadman ist letztlich der Chef von der Global Defense Agency, also seine Aufgabe ist es letztlich, den Planeten zu verteidigen und zwar mit allen Mitteln, die er kriegen kann und das sind auch Mittel, die unter anderem, wir hatten jetzt diese Reaniman gesprochen, also quasi ehemalige Soldaten, die zu Roboter-Zombies gemacht werden, irgendwann gibt es auch Reaniman in Invincible Form, also quasi tote Invincible-Kopien aus Parallelwelten, die durch die Story irgendwann auftauchen, die er auch benutzt, um eine Armee zu schaffen, mit der er sich im Zweifel gegen die Viltromiten und auch Mark zum Beispiel verteidigen könnte. Das ist eine Figur, die ist zu Beginn besonders spannend, weil sie halt immer das Gefühl vermittelt, sie wüsste mehr als Mark und wir Leser, als wir Lesende. Es gibt ja auch diese Räume, diese Weißräume quasi, wo er gezielt, wenn man so will, freischalten lassen kann, was man in diesem Raum sieht, das heißt, wir sind beispielsweise in einem Forschungslabor und er will nur eine konkrete Sache zeigen, er will nur einen Leichnam zum Beispiel zeigen, den er gefunden hat oder der gezeigt werden soll oder eben jetzt konkret auch diese Reaniman und so weiter und so weiter. Da gibt es also noch, er vermittelt das Gefühl, es gäbe jetzt noch sehr viel mehr, was Cecil uns voraus hat und voraus weiß, als gäbe es immer noch so diesen Plan B und C und D, den er irgendwie hätte und den hat er ja auch in vielen Fällen. Also ich persönlich fand dann auch den Umgang und der ist ja zeitweise eine Ersatzvaterfigur für Mark, mit Mark auch total interessant. Er rät ihm auch mal ins Gewissen, die haben ja auch mal also mehrfach ernsthaften, wenn man so will, Streit und das, wo es auch mal eine Arbeitgeber- Arbeitnehmer-Situation gibt, wo es mal eine ja quasi Ziehvater-Ziehsohn- Beziehung auch zueinander gibt, das finde ich durch die Bank weg äußerst interessant. Da gibt es ja dann auch noch diesen Donald Ferguson, bei dem irgendwann klar ist, okay, das ist der Assistent von Cecil, der ist ja irgendwie scheinbar auch so eine Art Roboter. Ich habe zwischen die Vermutung, das weil auch das vermisse ich ein bisschen, dass die konkrete Origin von Donald Ferguson in einem der unzähligen Spin-offs der Serie erklärt wird, weil in der Hauptserie taucht das nicht so auf, aber Cecil ist schon so einer, der hat auf jeden Fall Know-how und den mochte ich irgendwann doch sehr, also ich fand ihn sehr interessant zumindest und war deswegen auch ein bisschen enttäuscht, aber ich fand dessen Ende innerhalb der Serie, es kommt sehr spät, das hat mir nicht so gefallen. Es war zu unspektakulär und damit vielleicht auch das Überraschendste mit so ein bisschen auch für mich, Patrick, ich glaube, als ich dir erzählt habe, Cecil Steadman ist meine Lieblingsfigur, warst du ein bisschen überrascht? Warum eigentlich? Der ist doch krass. Ich war nicht überrascht, sondern ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass man mit seinem Tod relativ unwürdig umgegangen ist. Man hat ihm nicht wirklich viel Raum gegeben und trotzdem hatte er so dieses faszinierende an sich. Er hat, nennen wir es entweder die Holodex von Star Trek oder eben die Trainingsräume der X-Men. Den Aspekt mochte ich. Nur dadurch, dass er die meiste Zeit so unterkühlt behandelt wurde, ist in der Hinsicht echt viel Potenzial liegen lassen worden. Ich würde mir sogar wünschen, dass du irgendwie dem noch so eine Origin bringst und zeigst, wie er dieses Institut gegründet hat oder wie er damit verantwortlich war, was diesen Tod im Nachhinein noch ein bisschen mehr Feedback geben würde und das vielleicht ein bisschen tragischer machen würde. Ich fand ihn immer interessant. Nur haben sie nicht genug für mich aus ihm gemacht? Und er wird nicht umsonst von Walton Goggins synchronisiert in der Serie, der auch so dieses Zwielichtige an sich hat. Es sind bei ihm nur für mich sehr, sehr viele vertane Chancen. Arden, kannst du dich an Cecil erinnern? Fandst du den auch so faszinierend? Ich fand ihn auf jeden Fall cool. Ich erinnere mich jetzt nicht an sein Ende, muss ich zugeben. Aber ich fand schon irgendwie, dass es eine interessante Version von dieser Art von Figur ist. Also irgendwie das, was irgendwie so für die Marvel-Filme oder so Nick Fury ist oder so jemand, den dann irgendwie noch geheimnisvoller und noch irgendwie zwiespältiger. Fand ich schon cool. Ja. Ja. Ich wollte ihm jetzt einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen, weil ich den halt so faszinierend finde. Ich meine, wie gesagt, man könnten die hundert andere verschiedene auch noch erwähnen, aber irgendwo, ne? Ist eine coole Rolle und im Prinzip hätte man da mehr rauskitzeln können, auch mehr Emotionalität. Also gerade das sein Tod nicht viel auslöst, fand ich dann schade, weil er wirklich eine Zeit lang nicht nur seine Mutter betreut hat, er hat Mark betreut. Er wusste die ganze Zeit von der Bedrohung, die durch die Vitrominiten kommen könnte. Also du hast da wirklich so ein paar innere Konflikte. Und in der Serie wussten sie nicht viel mit ihm anzufangen. Deswegen hoffe ich, dass sie in der Amazon-Serie ein bisschen mehr aus ihm rausholen. Beziehungsweise ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen geben. Weil der ist eine vertane Chance für mich ähnlich wie dieser Hellboy-Verschnitt der Damien Blatt. Den er sehr cool fand zum Beispiel. So, jetzt aber mal hier Butter bei die Fische, ne? Wir haben ihn vorhin schon kurz erwähnt und er ist ja eigentlich sowas wie der große Antagonist der Serie. Die Rede ist von Thrak. Thrak ist der Grand Regent der Vitromiten. Also der eigentlich auch rückblickend während der kompletten Zeit, also im Großteil, 90% der Serie, der quasi Chef der Vitromiten. Der ist ein ultrakrasser Kämpfer. Er ist gefühlt auch mindestens anderthalb Köpfe größer als alle anderen. Er ist auch von Grund auf böse. Und selbst ihn lernen wir irgendwann ein bisschen besser kennen. NRS zu Beginn. Also gar, gar nicht relevant. Es gibt immer so den, wenn man so will, bösen Vitromiten des Tages. Beginnt mit Nolan über, keine Ahnung, es gibt den General Crack. Es gibt dieser Anissa, das ist glaube ich die, die Mark vergewaltigt. Dann gibt es Conquest natürlich. Das ist der, der auch die Eve irgendwann ziemlich auseinander nimmt. Aber letztlich so, der große Gegner... Was für einen Namen schon allein? Conquest. Ja, der große Gegner, das große epische Finale ist halt, und das ist irgendwann klar, auch das mit Frack. Auf dem Weg dahin, überhaupt diese Auseinandersetzung mit den Viltromiten, da erleben wir sehr viel, was man schon erleben kann. Wir haben jetzt diese ganzen Namen, ich habe die ganzen Namen der Viltromiten genannt und dann sind die halt, wie gesagt, die war jetzt gerade besonders krass und müssen halt jetzt aus irgendeinem Grund sind die halt auch gerade böse und da liegt der Fokus drauf, aber irgendwann wird recht schnell klar, dass über denen immer noch dieser Frack steht. Es gibt dann irgendwann auch diesen großen Angriff auf Viltrom, heißt ja glaube ich auch der Planet dann, wo die dann auch so durchfliegen, mega episch und dann zerstören die den auch komplett und ist ja eigentlich auch ein ganz schön armes Völkchen. Erst haben sie sich quasi selbst halbiert, weil sie sich halt ausrotten mussten und damit halt immer der Stärkste überlebt. Auch so diese Idee, dass man bei diesem Völkermord, den man da begangen hat, ich glaube, die hat man gar nicht genommen, da waren das schon Tote, dann gab es irgendwann diesen Virus, der ganz viele Viltromiten niedergemäht hat und die hat man dann als so eine Art Planetenring um den Planeten gezogen, das fand ich ja echt eine ganz schön gute Idee. Ein mega krasses Mahnmal auch eigentlich. und auf jeden Fall fliegen sie dann durch diesen Planeten durch, spätestens das ist dann der Moment, wo wirklich die Saat des ultimativen Hasses von Thrak gegen Nolan und Mark gesät sein dürfte und wie die dann ja auch erst einmal auf dem Mond beziehungsweise auf der Erde wieder Fuß fassen, da gibt es ja dann diesen Deal, dass man erst einmal einen dauerhaften Waffenstillstand haben möchte, dass man die Viltromiten quasi wieder aufbauen will und dann führt eins zum anderen, Thrak muss flüchten, die Viltromiten schließen sich Nolan an, Nolan ist der neue Chef der Viltromiten, das ist alles, das ist ja ein bisschen wie Game of Thrones fast schon ein bisschen, also ich fand es faszinierend, ja und dann wird irgendwann klar, dass Thrak, auch wenn ich das in einer Szene gedacht hätte, trotzdem nicht diesen Übergang macht von eiskaltem Viltromiten zu, keine Ahnung, Papa mit Gefühlen oder zumindest Ehemann mit Gefühlen, was ja für alle anderen Viltromiten und Thumiltomitinnen scheinbar der Grund war, von ihren ehemaligen Perspektiven abzuweichen. Er, ganz im Gegenteil, er benutzt ja seine neue Armee, die nahezu ausschließlich aus Sprösslingen von ihm besteht, wie Kanonenfutter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er wirft sie nicht bewusst gegen andere Superhelden oder eben Feinde, aber er benutzt sie wirklich wie Kanonenfutter. Er hat keine persönliche Bindung zu nahezu keiner von seinen Sprösslingen. Eine gibt's oder zwei, wo er, glaube ich, sich überhaupt wahrscheinlich den Namen merken kann. Es sind ja Tausende, schätzungsweise, aber Thrak ist durch und durch böse und ich hatte diesen einen Moment, wo ich gedacht hatte, okay, vielleicht zweifelt er dann da doch schon so ein bisschen an seiner Motivation, nämlich, wenn eine seiner Töchter ihm in dem Arm liegt und weint. Aber ich glaube, es macht ihn eher sauer, dass er jetzt vielleicht gerade den Ansatz von Gefühlen hat, die er spürt und das ist ja ein Zeichen von Schwäche und so und ich frage mich, ehrlich gesagt, darauf will ich hinaus, ob mir Thrak so gut gefällt. Ist Thrak ein guter Antagonist? Ist er einer, der genug Charaktertiefe bekommt, der, ich sag mal, genug Schichten, Charakterschichten hat, um spannend, interessant zu sein oder muss er das vielleicht gar nicht, weil er letztlich ja wirklich einfach nur der Böse sein muss. Vielmehr ist er eigentlich gar nicht seine Aufgabe und spätestens, wenn er sogar seine eigenen ja quasi Kinder verheizt, ist dann auch klar, wie böse er eigentlich ist und dass man jetzt wirklich einen Schlussstrich ziehen muss und das mag dann auch zur letzten Konsequenz greifen muss. Reicht das vielleicht? Ist das abwechslungsreich genug, um die Geschichte, so wie wir sie wollen, voranzutreiben? Ich bin total unentschlossen, ob ich Thrak gut finde oder nicht. Ist das gleich einfach nur das Mittel zum Zweck? Es gab wirklich Momente, wo er mich schockiert hat, aber er ist wirklich, bis auf diese kleinen Momente durchgehend böse. Mich hat es auch schockiert, als er durch Ellens Verrat dann auf einmal Marks Bruder Oliver umgebracht hat. Also das war nochmal auf die letzten Meter so einer der Schockmomente, weil wir auch bei Oliver diesen Konflikt hatten. Oliver war für mich so dieser Dick Grayson, also dieser innerlich zerrissene Robin, den er, den Mark hatte. Und der war auf einen wirklich guten Weg, also auch er hat seine Menschlichkeit gefunden und dann wurde er so auseinandergenommen, also noch ein halbes Kind. Wo ich dann dachte, Scheiße, was hat die jetzt noch gemacht? Wo ich dachte, ihr haut mir jetzt noch im vorletzten Band so einen Schocker rein? Weil an sich bleibt der als Charakter blass. Als Bösewicht ist es wirklich so der perfekte Knopf, um drauf zu hauen. Aber irgendwie fehlt für mich so das, was zum Beispiel einen Homelander menschlich gemacht hat oder einen Joffrey menschlich gemacht hat. Der menschliche Aspekt oder der Nachvollziehbare, der fehlt mir irgendwo schon. Ja, also ich finde den auch, ich finde es schon irgendwie effektiv. Ich finde es auch manchmal okay, wenn man einen Bösewicht hat, der einfach nur böse ist. Gerade dadurch, dass er ja über große Teile der Geschichte eher so die entfernte Bedrohung ist und jetzt nicht so, man jetzt seiner Story irgendwie folgt, finde ich das, glaube ich, schon ganz okay. Ich finde es auch witzig, dass er aussieht wie Freddy Mercury. Ja. Überhaupt, es ist irgendwie sehr lustig. Also es ist einfach so ein geiler Gag am Anfang, dass die Viltromiten irgendwie alle einen Schnauzer haben und wie man es dann aber trotzdem schafft, obwohl die so albern erst mal vorgestellt werden, gleich, glaube ich, in der zweiten Ausgabe schon, die dann zu so einer krassen Bedrohung zu machen im Laufe der Serie. Das ist schon cool. Also die Bedrohlichkeit kommt rüber, aber als Figuren sind natürlich andere Bösewichte, andere Schurken teilweise spannender. Also ich mag zum Beispiel auch Angstrom Levy total gerne. Das ist irgendwie so eine coole Science-Fiction-Idee, zu sagen, hat er einer irgendwie die Fähigkeit, durchs Multiversum zu reisen und packt dann irgendwie alle Bewusstseilen von seinen verschiedenen Versionen aus dem Multiversum in sein Gehirn und wird dadurch irgendwie so ein verrückter Überschurke. Das ist irgendwie eine richtig geile Idee und der ist irgendwie eine komplexere Figur oder natürlich dann Robot, als er zum Bösewicht wird, ist auch komplexer und spannender als jetzt Thrak und die Vitromiten insgesamt. Aber als große Bedrohung, als die ultimative Macht, die man bekämpfen muss, finde ich, sie funktionieren eigentlich gut. Ja, das tun sie. Ich hätte es vielleicht sogar ein bisschen geschickter gefunden, hätte man diese Venom-artige Alien-Rasse so als großen Bösen benutzt. Weil das wäre sowas, das hätte auch einige zusammengeschweißt, eben weil das so unvorhersehbar ist. Hält mir kurz auf die Sprünge, diese ... Die die Martianer auslöschen, oder? Ich glaube, die waren so pink-glibrig. Auf jeden Fall die fand ich auch extrem effektiv. Es gab ja immer wieder mal so diese einzelnen Horror-Elemente. Sei es dieser Roboter-Wissenschaftler, der aus Marks Schule immer wieder mal Schüler entführt hat, auch einen seiner Kumpels und die zu Robotern umgewandelt hat. Aber auch da merken wir, es ist ja wirklich mit Mark und all dieser Entwicklung immer mehr abgespaced sei geworden. Also in mehrfacher Hinsicht. Und diese Alien-Rasse, die war auch in der Serie mal für ein paar Folgen sehr präsent. Ja, die kommen dann auch noch mal größer. Das ist ja dann auch in den Comics ein erster Trip quasi ins Weltall, wo er dann irgendwie so ein Raumschiff von denen zerstören muss oder so. Das ist dann schon auch relativ der erste größere Trip mit mehreren Superhelden ins Weltall, um da dann eben die, keine Ahnung, die Welt zu retten oder so. Da gibt es ja verschiedene solche Szenen und Momente in der Serie. Es sind unzählige. Also wir hatten vorhin beispielsweise eben auch die Sache mit diesem Dinosaur. Das fand ich ja per se alles ganz spannend. Es gibt aber auch Dinge, die haben mir weniger gefallen. Ich kann mich erinnern, dass auch eher tendenziell gen Ende der Serie, dass Mark in einer Höhle von irgend so einem Zeitreisemonstern, was auch immer, angegriffen wird und er wird in eine quasi Alternativrealität geworfen, wo er von Anfang an weiß, wie der Handlungsverlauf so sein wird. Also dass sein Vater böse ist, wer gegen wen, warum kämpft und so. Und so kann Mark seine Gelegenheit nutzen, die Chance nutzen, von Anfang an quasi die möglichst beste Entscheidung zu treffen, bis er halt vor der Entscheidung steht, okay, dann müsste ich jetzt aber auf mein Kind verzichten, dass er zu dem Zeitpunkt schon hat und das dann eben auch nicht will und diese komische Space-Zeitreise-Alien-Geschichte ist dann auch irgendwie enttäuscht und so. Da muss ich sagen, alles ganz okay, aber das ist, das ist mir zu wenig. Also wenn du sowas aufreißt, dann musst du es auch größer, epischer und wichtiger machen. Das war so ein Moment, da kann ich verstehen, dass das Kirkman vielleicht noch auf seiner Checkliste stehen hatte, okay, Zeitreise-Geschichte muss mit rein und dann macht er irgendwie sowas, aber das war mir Es war, glaube ich, sogar betitelt als Reboot, also das war die, eigentlich so der Meta-Kommentar auf den Comic-Reboot, wo man sagt, das ist jetzt die ultimative Version von Invincible wo wir es noch mal von vorne erzählen, aber anders und das dann so in die Story zu integrieren, fand ich schon ganz witzig, aber ja, hätte man natürlich noch weiterfuschen können. Was ich mich auch zum Beispiel gefragt habe, wieso musstest du in diese Reihe Savage Dragon einbauen? Also diesen sehr, sehr bekannten Comic-Charakter, ich habe da keinen Bezug zu ihm, ich war jetzt auch durch die Reihe nicht gewillt, mich da irgendwie mal einzulesen. Okay, mittlerweile habe ich einen dieser Neuauflage Hefte hier, vielleicht wird das mal bei den Comic-Cookies Thema, ob ich damit warm werde. Das ist auch der Grund, warum bei DC überall Batman auftaucht, das ist einfach damals, wahrscheinlich wie heute, einer der bekanntesten, wenn nicht gar der bekannteste Superheld von Image und die langlebigste Serie, also ich meine, die gibt es auch schon seit Gründung und aus genau dem Grund war die mit dabei, die spielt ja auch keine wesentliche Rolle, die halt hier und da mal ein Gast aufklippt. Ich glaube, Spawn war, Spawn war, glaube ich, auch mal in einem Panel zu sehen. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen ein Vorbild für Robert Kirkman, zu sagen, okay, da hat schon mal jemand, also Eric Larson hat das bei Savage Dragon ja auch so gemacht, dass er gesagt hat, okay, ich schaffe jetzt diesen Superhelden in den 90ern und dann erzähle ich einfach 30 Jahre lang die Geschichte von diesem Helden weiter und die Figuren altern und entwickeln sich und so und vielleicht hat er quasi als Hommage, weil er gesagt hat, okay, ich versuche was ähnliches mit Invincible und er ist halt irgendwie beim gleichen Verlag auch noch, dann muss Savage Dragon da eingebaut werden, weil das halt so das, ja, das Vorbild ist, der so die einzige Superhead-Serie, die so was ähnliches vorher schon mal versucht hat. Also neben Spawn quasi das Image-Maskottchen. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt hier auf jeden Fall die wichtigsten Figuren alle einmal durchgegangen und deswegen Oliver Grayson haben wir noch nicht so großartig behandelt. Wir haben auch die Tochter von Mark noch nicht behandelt, wenn du glaubst, also wir sagen, wenn du jetzt zu Oliver noch mal saß, dann mach das ruhig, kannst du gerne was zu sagen. Nee, nee, ich fand, da war wirklich eine interessante Variation von Dick Grayson, also den impulsiven Robin. Ich fand, da wurde ganz nett die Perspektive verschoben, dass Mark mal kurzzeitig zum Mentor werden musste. Und es ändert ja auch Marks Perspektiven auf alles. Im Endeffekt ist Oliver der Grund, dass Mark sein Heldsein überdenkt. Aber an sich hat ihm da auch so ein bisschen das Fleisch auf den Rippen gefehlt, außer dass man jetzt gemerkt hat, ja, Mark sieht irgendwann aus wie Freddie Mercury, Nolan sieht irgendwann, sorry, der Vergleich war eben wirklich gut, die ganzen Weltrominiten sind irgendwie wie später aus die Freddie Mercury. Dass die alle irgendwann mal eine Vaterrolle hatten, außer jetzt ein Robot, fand ich auch eine interessante Perspektive. Ansonsten haben wir hier eben auch wirklich viele Verschleiß-Bösewichte, die immer wieder mal auftauchen, wie zum Beispiel die Mauler-Twins in ihrem Dutzend Klon-Varianten. Da wusste ich nicht, wie ich die finden soll, weil auf der einen Seite waren sie irgendwie lustig, dumm, auf der anderen Seite habe ich es nicht verstanden, wieso die nicht längst alle tot sind zum Beispiel. Ja, genau, also ich denke, wir können nicht vorher ich würde die Frage nach den Lieblingsfiguren hier gerne noch anschließen. Wie gesagt, ich habe gemeint, meine ist auf jeden Fall Cecil, Cecil Stedman. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Lieblingsfigur und wenn ja, welche? Bei mir ist es eben wirklich Nolan, weil er mit die interessanteste Entwicklung durchmacht, auch wenn es nicht immer nachvollziehbar ist. Aber er steht ähnlich wie in Winzebel für die Menschlichkeit der Serie, auch wenn er natürlich geerdet werden muss von der Frau, was endlich dann die Rolle der Frau hinterfragen lässt, ob die wirklich nur alle Mütter sein müssen. Aber ich mochte ihn auch im Team-Up dann mit Alan dem Alien wirklich sehr, sehr gern. Adrian, hast du eine Lieblingsfigur? Ja, ich überlege schon. Ich glaube, es gibt nicht so eine ganz klare Lieblingsfigur für mich. Ich glaube, vom Design her finde ich am coolsten Battle Cat. Vom Namens-Karlauer finde ich am coolsten Duplicate und Multi-Paul, auch wenn ich als Figur natürlich nicht so spannend bin, aber sehr witziger Namen. Alan the Alien ist eine Figur für mich, wo ich mich immer gefreut habe, wenn er aufgetaucht hat, auch wenn er nicht so viel Tiefe gibt wie manche der anderen Figuren. Danke. Und ansonsten, ja, also Robot ist halt eine super faszinierende Figur für mich. Adam Eve ist eine super spannende Figur. Also ich finde, viele von den Figuren geben viel her. Ich habe jetzt nicht so eine ganz klare Favoritin. Aber ihr merkt es über die Figuren, die uns am wichtigsten sind, die wir am interessantesten finden, haben wir auch wirklich viel geredet. Ich werfe eben noch Damien Darkblatt rein, weil er eben wirklich so eine Mischung aus Konstantin und Hellboy war, aber aus dem hat man leider so rein gar nichts gemacht. Tritt der im Comic überhaupt auf oder nur in der Serie? Nee, im Comic ist er auch immer wieder mal für ein paar Panels zu sehen, aber über ihn und über Cecil oder für Cecil würde ich mir zum Beispiel ein Spin-Off wünschen. Wir haben ja schon zu Wolfman, der ja auch für so ein paar Hefte da aufgetauscht ist, ein Spin-Off, das sehr gut ist. Also es geht mal solchen Charakteren, die nicht komplett verbrannt sind, wo man vielleicht noch ein bisschen Tiefe reinbringen könnte. Spin-Off, mal sehen, wo es hinführt. Entgeblich will ja Robert Kirkman zu Science Dog noch was machen, ein Spin-Off. Es gibt ja schon einen Science Dog Comic, den habe ich auch. Also es gibt eine Miniserie, gezeichnet von Cory Walker, mit irgendwie so ein paar Science Dog Adventures. Aber es kann sein, dass er da auch noch mal was Längeres in Planung hat. Ja, aber lass doch gerne mal das Thema Spin-Offs mal vorziehen, das hatten wir in der Vorbereitung auf jeden Fall auch heute vor, das zu thematisieren. Es gibt ja verschiedene Sachen, auf Deutsch gibt es noch diese Wolfman oder was, Patrick, du hast es auch vorgestellt. Wolfman. Deutsch Wolfman. Das sind letztlich diese Wehrwolf-Superhelden, ne? Genau. Es ist letztendlich dieser Wehrwolf-Superheld, der taucht in ein paar Hälften auf, ich kann dir das noch genau benennen, das ist in Band 5, also da wo Mark sein anderes Kostüm hat, da trifft er für so ein paar Hefte auf ihm und diese ganze Origin wird bei Wolfman so ein bisschen mehr vertieft. Wolfman ist so ein bisschen mehr horrorlastig, das fühlt sich an wie der peipige kleine Bruder von Invincible, nur dass die Mentorenfigur da eine zwielichtige Vampirfigur ist, die gar nicht mal so wenig dazu beigetragen hat, dass die Wehrwölfe halbwegs ausgerottet wurden und dass er deswegen so ein bisschen Gewissenskonflikt hat und er kann auch dieses Animalische bei weitem nicht so kontrollieren, was ihm auch für einige Schwierigkeiten sorgt. Es ist interessant, ich finde es lustig, dass dieses Invincible-Konzept mit so einer Schippe Horror obendrauf trotzdem noch so gut funktioniert, obwohl wir schon wirklich 144 Ausgaben gelesen haben. Ich bin davon angefixt, ich werde auch den dritten Band lesen und es ist immer wieder auch mal wirklich so Crossover mit den Invincible-Franchise, also nicht nur, dass die Garnets of the Globe auftreten, man hat im zweiten Band diese paar Hefte von Band 5, in denen er mit Invincible aufeinander getroffen ist, auch da noch mal verarbeitet, sei es als Service, sei es als Brücke, es hat auf jeden Fall deutlich mehr hergegeben, als ich erwartet habe. Ich bin froh, dass mir dieses Invincible-Franchise noch ein bisschen erhalten bleibt und wir kriegen auch jetzt die nächsten Monate dieses Geschichten aus dem Invincible-Universum den ersten Band kriegen wir geliefert und ich hoffe auch da, dass das Spider-Man-Crossover, wo er mit Spider-Man aufeinander trifft und versucht, bei den Avengers Unterschlupf zu finden, dass das vielleicht auch veröffentlicht wird, aber keine Ahnung, ob es da eine rechte Hickhack gibt. Adrian, du hattest gemeint, dass du das eine Ding da noch bei dir liegen hast. Ich habe jetzt, wenn man das so liest, diese deutschen Ausgaben, wird verwiesen noch auf eine Serie zu den Guardians selbst, die haben wohl eine Handvoll Ausgaben. Die habe ich auch mal angefangen. Superheld. Was gibt es denn da so, was hast du denn noch im Kopf, was gibt es dann an Spin-Offs, die du vielleicht empfehlen kannst, sind die für die Haupthandlung irgendwie wichtig oder sind das eigenständige Dinge, weißt du da noch irgendwas zu? Also ich habe gelesen, das Spin-Off Invincible presents Adam Eve und Rex Bloat, das ist auch nochmal, das sind wirklich so zwei Miniserien in einem Trade Paperback, wo nochmal so Adam Eve und Rex Bloat näher beleuchtet werden. Ich glaube diese Zwischenfolge zwischen der ersten und zweiten Staffel von der Animationsserie zu Adam Eve ist da glaube ich ein bisschen von inspiriert, soweit ich mich erinnere. Das fand ich ganz cool. Das Guardians of the Globe Spin-Offs, die ist glaube ich Guarding the Globe, das habe ich auch mal angefangen zu lesen, das hat mir aber nicht so gefallen, das war nicht von Kirkman geschrieben und auch nicht so geil gezeichnet, da war ich dann irgendwie schnell wieder raus. Den Wolfman habe ich glaube ich auch reingelesen, war ich auch nicht so ein Fan von den Zeichnungen, muss ich sagen. Und dann gibt es wie gesagt den Science Dog, der ganz cool war und es gibt noch irgendwie Invincible Universe als Reihe, wo ich aber glaube ich nichts von gelesen habe. Okay. Und Tag Jacket und Dings habe ich auch nicht reingelesen, glaube ich. Und Brit gibt es ja auch noch. Was ist nur Dali? Ich habe da so halb Bock drauf irgendwie, also gerade jetzt dieses Wolfman Ding, das ist bestimmt eine schöne Geschichte und so und womöglich hat auch die eine oder andere Figur einen Cameo und so, aber die Hauptgeschichte, die Haupthandlung und das kann man hier halt schon sagen, ist halt Invincible und das ist halt zu Ende erzählt und ich bin auch immer jemand, mich interessieren auch Prequels weniger oder parallel zu irgendwelchen Handlungen stattfindende Dinge weniger als zumindest Fortsetzung von irgendwas. Ja, insbesondere bei TV-Serien. Ich habe lieber eine Serie, die muss auch gar nicht mit Figuren sein, aus meiner Lieblingsserie, sondern es muss nur nach meiner Lieblingsserie spielen. Ich muss das Gefühl haben, es gibt einen Fortschritt. Das macht es für mich zumindest spannender und wenn ich hier so über so eine Übersicht scrolle, es gibt schon noch verschiedene weitere Dinge, die man sicherlich in irgendwelchen Bänden veröffentlichen könnte, also hier gibt es was nennt sich Super Patriot oder Capes oder was zu diesem Britz, ja, Tech Jacket hatte ich schon gesagt, boah, das ist alles so, es spielt halt parallel, auch dieses Town-Ding, Wolfman, das ist irgendwie keine Ahnung, ich fände es glaube ich cooler, wenn es irgendeine Form von Fortsetzung wäre und sei es nur die lustige Komödie, die auf dem Planeten spielt, in dem das Hauptquartier der Koalition der Planeten ist, 100 Jahre nach in Winsenböe, das ist auch absurd, aber hauptsächlich nach, ich weiß nicht, ich glaube das fände ich ganz gut, habt ihr ja zufällig eine Ahnung, weil du sagtest, glaube ich, Patrick, du warst das glaube ich, dass Kirkman schon noch weitere Dinge im Kopf hat oder umsetzen würde, was da noch kommen wird oder was du dir zumindest vorstellen kannst. Ich lasse mich da überraschen, ich verstehe ja deinen Gedanken, das ist ähnlich wie bei einem Spiel, wo du die Hauptmission durchgezockt hast und dann hast du noch so ein Dutzend Sidequests, auf viele der Quests habe ich auch keinen Bock. Ich bin da mit bei Wolfman mit knirschen Zähnen rangegangen, ich werde da auch bei dem Universe-Ding so ein bisschen mit knirschen Zähnen rangehen, aber schon allein, weil wir dann eben das aus der Sicht beiden Comic-Cookies von einem Invincible-Fan erzählen können, werde ich da trotzdem mich rantrauen und mich mit einer skeptischen Neugierde da dran begeben. Aber an sich interessiert mich das Sequel mehr, das ist auch wie bei Game of Thrones mit dem Jon Snow-Spin oft, das da nachspielt. Also, irgendwas, was da nachspielt, wurde bisher nicht angekündigt. Mich würde wirklich jetzt interessieren, wie die Weltromeniten jetzt in unserer Gesellschaft integriert werden. Das würde mich auch wirklich interessieren, was da passiert oder was mit den Guardians of the Globe nach den Ereignissen von Invincible passiert, wenn sich das alles neu formieren muss. Also, wirklich der interessante Aspekt, der in vielen Filmen übersprungen wird. Das würde mich auch mal interessieren. Oder wirklich so ein Tag von Guardians of the Globe, wenn die mal wirklich das ganze Geschmatter wegkehren müssen, das die Guardians of the Globe verursacht haben. Vielleicht würde mich auch mal so eine stinknormale Bürokraten, Tatortreiniger-Episode von Guardians of the Globe beziehungsweise von denen interessieren. Wäre vielleicht auch mal lustig, der Perspektivwechsel. Mensch, Adrian, als jemand, der selber so Geschichten schreibt, wäre das jetzt schwer, da jetzt anzusetzen und Invincible einfach weiterzuerzählen? Ich meine, viele Figuren leben noch, neue Figuren einzuführen, wäre auch nicht unmöglich. Gerade in der letzten Ausgabe, bilde ich mir ein, war das so, dass ja verschiedene Dinge durchaus angedeutet werden, wie es mit einzelnen Figuren oder Arcs weitergehen könnte. Also, ich weiß nicht, wenn ich dem Kirkmann jetzt noch ein paar Millionen auf den Tisch lege und bitte den weiter zu schreiben, ist das machbar? Hältst du das für realistisch? Ich finde es tatsächlich gar nicht so spannend, was danach passiert, weil es irgendwie ja doch alles ziemlich weit auserzählt ist. Also gerade Marx Handlung und von seiner Familie springt ja am Ende wirklich Jahrzehnte in die Zukunft und es wird irgendwie gezeigt, wie er so die ganze Galaxie befriedet, mehr oder weniger und das unseren Planeten leitet und da ist für mich gar nicht so viel übrig, wo man noch anknüpfen könnte. Auf der Erde könnte man sagen, okay, man guckt jetzt, wie läuft das jetzt weiter jetzt, wo Mark weg ist und was machen die restlichen Held in dem da. Interessiert mich aber auch nicht so sehr, muss ich sagen. Also ich finde jetzt gerade spannender, wie halt die Animationsserie irgendwie die Story nochmal nimmt und so aus einem leicht anderen Blickwinkel betrachtet und das auch nochmal in ein neues Medium übersetzt natürlich und ansonsten finde ich eigentlich gerade schön, dass Invincible in diesen 144 Heften halt so eine komplette Geschichte erzählt und es ist ja ein wahnsinnig großer Zeitraum, ein wahnsinnig großes Werk, dass ich jetzt gar nicht unbedingt das Gefühl habe am Ende, okay, ich muss jetzt irgendwie jetzt noch wissen, wie es dann noch weitergeht, sondern das ist so, ja, das ist so ein schönes Ding von Anfang bis Ende. Mich interessiert dann eher halt zu gucken, okay, was schreibt Robert Kirkman als nächstes, was zeichnen Ryan Ottele und Cory Walker als nächstes für Sachen, die vielleicht gar nichts mit Invincible zu tun haben. Ich habe auch mal die Spider-Man-Comics von Ryan Ottele reingelesen zum Beispiel und so und verschiedene andere Kirkman-Serien auch verfolge ich zum Teil auch. Also das finde ich dann teilweise spannender, was die, was so das Kreativ-Team danach an neuen Ideen hat, als jetzt unbedingt so gezwungen, dieses Universum weiterzuerzählen, das, wie ich finde, so wie es jetzt existiert, eigentlich ziemlich rund ist und gar nicht unbedingt eine Fortführung braucht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Patrick, wie siehst du das? Ich sehe es ähnlich, lässt mich aber auch gern mal positiv überraschen beziehungsweise meine Meinung ändern. Ich dachte damals auch, dass X-Men First Class absolut nichts für mich ist und dann hat es mich unterhalten. Also ich gebe ihm immer wieder mal eine Chance, aber im Prinzip ist es auserzählt. Und trotzdem haben wir auch vorhin gemerkt, dass der ein oder andere Charakter existiert. Cecil, Damien Darkblood, unter anderem, die es vielleicht verdient hätten, noch so ein bisschen näher beleuchtet zu werden. Und wie gesagt, wenn die Mischung stimmt, zum Beispiel bei Wolfman, dann lasse ich mich gern auch noch mal von derselben Formel neu bespaßen. Aber Adrian, weil du es vorhin auch angeschnitten hattest, nämlich das Ende selbst und wie wir das finden, das war ja auch was, was du noch mal besprechen wolltest. Erzähl doch mal, wie findest du eigentlich das Ende, den großen finalen Ausgang von Invincible? Ja, genau. Ich habe ja schon ein bisschen, also einiges davon gesagt, aber so meine, also abgesehen davon, dass ich es schon cool finde, wie es halt so auf einen absoluten Höhepunkt über diesen galaktischen Krieg gebracht wird und wie dann diese ganzen Handlungsstränge irgendwie zusammengebracht und zu Ende gebracht werden, das ist grundsätzlich super gemacht und super unterhaltsam. Aber so ein bisschen hat es bei mir so einen komischen Nachgeschmack hinterlassen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so, wenn man es jetzt so versucht, aus so einer politischen Sichtweise zu analysieren, dass da halt fast so die Message ist, die rüberkommt, so Faschismus ist eigentlich okay, solange der starke Anführer, der sich irgendwie an die Spitze des Volkes setzt, ein richtig guter Typ ist und das ist auch so ein bisschen, ist so ein bisschen ein wiederkehrendes Motiv bei Kirkman, also bei Walking Dead war es ja auch irgendwie immer so, dass so Rick war so der Anführer von dieser Gruppe der Überlebenden und das wurde auch nicht so richtig hinterfragt, weil das ist okay, wir müssen, wir brauchen nicht irgendwie, also wir brauchen jetzt kein eben zum Beispiel demokratisches System, das den irgendwie kontrollieren kann und stoppen kann, wenn er irgendwie falsche Entscheidungen trifft und überprüft, ob er das Richtige handelt, weil er ist einfach so ein guter Typ und der trifft einfach immer die richtige Entscheidung und da habe ich mich dann aber auch gefragt, ob das vielleicht auch dem Superhelden-Genre so ein bisschen innewohnt, dass man so, wenn man halt dann eben so eine Superhelden-Geschichte wie Invincible so konsequent auserzählt, dass man fast darauf, dass es fast darauf hinauslaufen muss, weil Superhelden halt immer schon so ein bisschen so diese faschistuiden Ansätze haben, was ja in den, so in den 80ern in hier Dark Knight Returns und in Watchmen dann auch so ein bisschen kritisiert und auf die Spitze getrieben wurde, dass man halt sagt, okay, aber wer, who watches the Watchmen? Also wer, wer überprüft denn, dass diese übermächtigen Wesen, die hier sich irgendwie als Helden aufspielen, auch das Richtige tun? Und das ist eben das, was ich auch an Watchmen und der Knight so cool damals fand, dass es halt, dass man hinterfragt und halt aufzeigt und Invincible erzählt das eben eben auch so ein bisschen, also halt eben auch so konsequent zu sehen, okay, die Schlussfolgerung davon, wenn halt jemand so stark ist, dass er irgendwie alle Probleme der Welt lösen kann, ist halt, dass er irgendwann dann mehr oder weniger zum Diktator werden muss, der dann alle Entscheidungen trifft, weil er der ultimative Gute und Schlaue und Starke ist und dass es aber für mich dann nicht so sehr ein kritisches Hinterfragen davon gibt in dieser letzten Ausgabe von Invincible, sondern das ist dann einfach so. Und selbst auf der Erde passiert ja so ein bisschen die Parallele, dass man sagt, okay, auf der Erde setzen wir irgendwie die Immortal so ein bisschen auch als Behüter, starker Anführer der Erde ein und mit Robots Gehirn als Berater. Das hat irgendwie so einen ganz komischen Beigeschmack, obwohl es für mich gleichzeitig als unterhaltsame Geschichte total gut funktioniert. aber ja, also gerade auch, weil ich mich, wenn ich selber Geschichten schreibe, würde ich mich das dann immer so ein bisschen fragen, was ist denn jetzt eigentlich die Aussage, die ich da treffe, was ist denn eigentlich, ja, was ist, also weil unpolitische Geschichten gibt es halt für mich nicht, deswegen gucke ich immer, was ist denn sozusagen die politische Aussage und da hat es mir dann, bin ich da so ein bisschen dran gestorfen. Hat Kirkmann mal irgendeine Äußerung gemacht, dass man ihn politisch einordnen kann? Hat er sich mal republikanisch, demokratisch irgendwo positioniert? Wisst ihr da was? Nicht so richtig, also es gibt immer, es gibt schon irgendwie lange irgendwie so ein bisschen Gerüchte, gerade auch, weil Walking Dead ja auch sehr beliebt ist bei den Konservationsseiten, Konservativen, gerade auch allein schon wegen der ganzen Waffen. Ja, ja, gab es schon immer so den Verdacht, glaube ich, den viele hatten, dass Kirkmann so ein bisschen konservativ eher ist, aber andererseits hat er ja auch irgendwie queere Figuren und ja, also ich glaube, er ist jetzt, er ist wahrscheinlich kein klassischer Republikaner, aber er hat halt so gewisse Tendenzen, die in mehreren Geschichten rauskommen, wo ich eben dann so das Gefühl habe, okay, eigentlich wünscht er sich so den, den starken Führer, solange der starke Führer ein richtig guter Typ ist. Ja, aber diese Tendenzen hast du eben auch bei einem Ligen, hast du auch bei einem Rick oder bei jedem x-beliebigen Anführer, die hast du ja auch kurzzeitig bei Nolan. Was ich verwunderlich fand, war, dass Nolan im Finale dann natürlich seinen Heldentod sterben musste, damit auch er wirklich komplett reingewaschen wird. Auf der anderen Seite dachte ich, was? Daran stirbst du jetzt? Du hast so viel in den Comics überlebt, aber daran stirbst du jetzt letztendlich? Ihr habt wirklich nochmal auf Ach und Krach so den letzten Schocker gebraucht. Aber nicht nur, weil Mark Grayson am Schluss wirklich aussieht wie Nolan, ist mir das schwer gefallen, da irgendwie eine Trauer zu empfinden, auch weil er, auch wenn er eine geile Entwicklung durchgemacht hat, irgendwo schon immer wieder das Arschloch war. Also dieser emotionale Impact, den ich mir erhofft habe, hat mir gefehlt. Ich fand das mit dem Robotieren auch wirklich eine lustige Idee. Und auch wie die Veltrominiten dann mittlerweile irgendwie reingewaschen wurden, wo sie es irgendwo zeitweise in der Serie als ultimative Bedrohung verkauft haben. Oh, die Veltrominiten werden euch unterwandern, die könnt ihr jetzt gar nicht mal so sehr identifizieren. Dann müsst ihr jetzt leben. Und dann am Schluss ist es so, ja, ach, die leben jetzt mit euch. Ich war da auch ein bisschen hin und her gerissen beim Ende. auch wenn ich ein schönes Ende fand. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da am Anfang da saß und dann dachte, okay, so und so muss der Schluss aussehen. Aber vielleicht die eine oder andere Abzweigung wirkt das dann ein bisschen arg konstruiert, wie es dann letztendlich geendet ist. Jetzt, wo Adrian es kurz erwähnt hatte, gerade das Ende mit Lincoln, also hier, wie heißt er? Immortal. Immortal, dankeschön. Mit Immortal auf der Erde. Das ist ja eigentlich auch schon während der Serie irgendwann vorweggenommen. Da gibt es ja auch diesen Moment, wo diese Zwillinge sind, glaube ich, aus der Zukunft kommen. Und dann muss da der Mark mitreisen oder zumindest tut er das halt und trifft dann auf den Immortal der Zukunft, der ja zu dem Zeitpunkt auch schon der Führer dieser Welt ist und sie in eine Art Utopie geführt hat, die aber auch wieder eigentlich nur eine Diktatur ist. Und der ist halt irre geworden, der Immortal. Das ist wahrscheinlich die tatsächliche Zukunft, die irgendwann auf der Erde so eintreffen wird. Zumindest kann man das so sehen. Oder Mark hat es dadurch verhindert, dass er Immortal das Robot-Game zur Seite gestellt hat, dass er vielleicht in dieser anderen Zeitlinie nicht hatte. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja Mensch, also ich habe jetzt hier fast alle Punkte von meiner Liste auch übrigens abgehakt. Ich würde gerne nochmal über die Veröffentlichungsweise und Formate kurz sprechen. Habt ihr noch Punkte, die ihr einbauen wollt? Ich würde auf jeden Fall gerne noch über das Artwork reden. Ja, gern. Sehr gern. Da gab es ja diesen Bruch, ne? Aber irgendwann habe ich mich an den neuen Zeichner deutlich schnell gewöhnt und bin auch ganz froh, dass es diese Änderung gab. Ja, ich fand das ganz spannend, weil, also es geht ja los, die ersten so sechseinhalb Ausgaben sind von Cory Walker gezeichnet. Und gerade auch jetzt nochmal, wo ich nochmal reingelesen habe, ist es auch irgendwie krass, wie sehr sich der Zeichnungsstil dann eigentlich doch verändert hat. So am Anfang ist, sind die Zeichnungen noch, so vor allem von der Koloration in so einem Anime-Cell-Shading-Stil. Und die Figuren sind auch noch so sehr, ja fast so ein bisschen noch unbeholfen, also schon auch grundsätzlich gut gezeichnet. Wir haben so sehr viele irgendwie so unnötige Linien im Gesicht und das Ganze ist irgendwie super einfach gehalten. Es gibt ganz oft irgendwie so Panels, die mit Cut & Paste wiederholt werden, um irgendwie Zeit zu sparen wahrscheinlich. Und dann kam eben irgendwann der Wechsel zu Ryan Otley, der zuerst den Stil von Cory Walker sehr, sehr ähnlich adaptiert hat, fand ich. Also ich fand den Wechsel gar nicht so krass, weil er echt nah dran war, nur so ein bisschen cartooniger. Und dann hat sich das aber total entwickelt. Dann hat sich irgendwie Ryan Otley ganz stark irgendwie so in sein eigenes Stil reingefunden. Es hat sich dann auch die Koloration sehr geändert. Also irgendwie so beim ersten Koloristen, Bill Crabtree, kamen so gegen Ende schon so ein paar zusätzliche Schattierungen mit rein. Aber ich glaube, ab Ausgabe 50 gab es dann irgendwie den anderen, den nächsten Koloristen, FCO Placentia, heißt der, glaube ich. Und bei dem kann man dann so sehen, in den nächsten, über die nächsten 20 Ausgaben kam so gefühlt bei jedem Heft irgendwie so eine Schattierung und eine Lichtquelle mehr dazu, bis es dann so der komplett durchschattierte, detaillierte Superhelden-Stil ist. Und das Spannende daran finde ich auch, dass sich das so ein bisschen mit der, in der Story halt auch spiegelt, dass wir halt anfangen in diesem sehr einfachen Setting. Okay, Mark ist der Superheld-Verschnitt, der Superman-Verschnitt, der halt auf der Erde erstmal irgendwie Bankräuber stoppt und ab und zu mal einen Monster verkloppen muss. Und dann wird das halt immer mehr zu einem epischen, intergalaktischen Abenteuer. Und so wie diese Welt ausgebaut wird und dieses Figuren-Ensemble ausgebaut wird, wird halt auch der Art-Style immer präziser, immer detaillierter und immer, ja, durchschattierter. Und das fand ich super spannend. Ich finde, gerade auch als Cory Walker dann irgendwann zurückkommt, der hat da auch eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht und zeichnet dann auch richtig geil in diesen späteren Heften, die dann nochmal gegen Ende, also gerade so die Sachen, die in diesen Alien, auf dem Alien-Planeten spielen, sind ja größtenteils von Cory Walker gezeichnet. Und die sehen auch richtig geil aus. Wo ich dann gar nicht sagen könnte, welchen von den beiden Zeichnen ich besser finde. Aber, ja, irgendwie, das ist auch ein total cooler Aspekt von diesem super langen Run mit einem fast gleichbewerbenden Kreativ-Team, dass man diese zeichnerische Entwicklung gleichzeitig zur Story-Entwicklung mitverfolgen kann. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Ich fand da, wenn du das jetzt mit The Walking Dead vergleichst, den Stilbruch wirklich... krankert von Tony Moore zu Charlie Edlert, wo ja wirklich der Stil fast ein komplett anderer geworden ist. Ja. Aber ich sag mal, ohne Charlie Edlert hätte man diese regelmäßige Veröffentlichung wirklich schwer beibehalten können, weil Tony Moore ist eben nochmal eine Spur detailverliebter, eine Spur nicht cartooniger, aber irgendwo sah das da noch künstlicher aus. Ich sag das nicht nur, weil Charlie Edlert mich als Zombie gezeichnet hat und ich entgebe mich da in der Walking Dead-Reihe als Zombie of Talk und weil es in der Serie, also in der normalen Serie, den Patrick gab, der zweimal gestorben ist, sondern weil da für mich der Stilbruch härter war, der war für mich teilweise auch in anderen Comic-Reihen deutlich härter, sei es bei The Boys, wo sie wirklich innerhalb vom Heft immer wieder mal den Zeichner wechseln mussten, wo es mich teilweise wirklich ein bisschen angenervt hat, da diesen Stilbruch zu sehen, da hat eben Cory Walker wirklich so diesen coolen Mix durchlaufen, also er hat da wirklich ein paar wirklich gute Stadien durchlaufen. Wenn ich mir jetzt den ersten Band und den letzten da vor Augen halte, da sieht das in den ersten Heften noch deutlich rauer aus, deutlich arthausiger, würde ich fast schon sagen, dass man, dass da auch das Erzählen deutlich besser perfektioniert wurde. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Mich hat es bei Invincible, der Zeichner wechselt, deutlich weniger gestört als bei einigen anderen Serien. Auch bei einer sehr, sehr bekannten Serie, die Andi und ich bei den Comic-Cookies besprochen haben, mit Jesus und dem Superman verschnit. Da hat es mich mehr gestört. Ja. Innerhalb von einem Heft. Also das ist ja auch so, dass das hier wie gesagt, irgendwann, also wenn wir zum Beispiel über die Kolorierung sprechen wollen, es gibt ja auch so Ausgaben, da dominiert die Farbe Rot schon sehr. Und das ist einfach, das ist schon cool. Also bei The Walking Dead, ist ja alles in schwarz-weiß daherkommt, also zumindest in der Originalausgabe, ist das da und das auch funktioniert, das wirkt damit dreckiger, wirkt hier das Rot anders und ich finde brutaler irgendwie auch und aber auch toll. Es ist schon richtig, wie du sagst, ich habe gerade versucht, nochmal nachts zu vollziehen ohne mir anzugucken, von welchem Zeichner jetzt welche Ausgabe war. Ich habe gerade im ersten Omnibus hier versucht nachzuvollziehen, wo genau der Wechsel eigentlich gewesen ist und es fällt mir nicht auf. Also es ist ein fließender Übergang und ich kann sagen, dass das die letzte Issue nicht aussieht wie die erste Issue, aber wo jetzt genau dieser Übergang war, da hast du schon recht, Adrian, das kann ich gar nicht so richtig sagen. und das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil so sollten Zeichnerwechsel natürlich im optimalsten Fall passieren. Ich mochte vor allem die ganzen Design-Sachen in den Skizzen-Seiten am Ende der Omnibusse. Es wird relativ viel erklärt, wie man sich zum Beispiel die verschiedenen Versionen von Invincibles Kostüm vorgestellt hat. Also da gibt es ja nicht nur diesen Farbunterschied, wo er dann auch diese eher schwarze Version des Kostüms trägt, was ja auch eine Parallele ist zu Superman zum Beispiel, der ja auch zeitweise dieses schwarze Superman-Symbol hat. Es gibt ja auch einfach verschiedene und das wird relativ häufig übrigens auch im Comic selbst thematisiert, auch einfach Veränderungen im Kostüm. Ja, da hat er dann mal irgendwelche Fingerschützer, mal keine Fingerschützer, mal Knieschützer, mal keine Knieschützer, unterschiedliche Formen von Stiefeln und so. Da gibt es ja auch diesen Kostüm-Designer, der auch für Nolan schon tätig war, der für unzählige andere superheldenische Kostüme gemacht hat. Und das ist ja sowas, da hat der Zeichner ja in dem Fall, soweit ich das zumindest aus diesen Skizzen-Seiten entnehmen kann, immer eher dahin tendiert, einen Wechsel in den Kostümen zu haben. Und das fand ich alles ganz interessant, das ist wirklich eine tolle Sache. Du hast auch schon recht, dieses Wiederholen von Panels, das taucht, glaube ich, zu Beginn häufiger auf als zum Ende. Deutlich. Und es wird genauso, wie du sagst, sein, nämlich, dass das einfach mit einer Zeitersparnis einhergehen muss. Das finde ich schon krass. Scheinbar konnte der neue Zeichner dann eventuell aufgrund gestiegener Verkaufszahlen besser davon leben als der andere Zeichner und musste weniger Aufträge nebenbei machen. Das hat noch einen Inka an Bord geholt. Ja. Das hat noch zusätzlich einen Inka, das hat, glaube ich, auch noch mal Zeit gespart dann. Ja, und damit wäre ich auch, weil ich da zum Artwork selbst gar nicht mehr so viel sagen kann, auch noch bei der Frage der Veröffentlichungsweise, denn wir haben es ja alle drei unterschiedlich gelesen. Der Adrian meinte, er hat damals die US-Veröffentlichung, also die Heft-Veröffentlichung mitgenommen. Der Patrick hat die Omnibusse von CrossCult gelesen. Und ich habe das ja quasi auch, nur halt eben digital. und wahrscheinlich auch damit von uns allen am günstigsten, weil die gibt es halt, wie gesagt, auch für relativ wenig Geld inzwischen da bei diesen Anbietern. Und ich fand meine gut, weil halt Page-Turning und so, aber dann ist das schon was anderes, wenn ich hier wirklich zwölf von diesen dicken Bänden, die haben alle um die 300 bis 360 Seiten, wenn ich die halt so wegsuchten kann und damit nie dieser Wunsch oder diese Lücke entsteht, dieser Wunsch nach, oh, jetzt muss ich aber unbedingt die nächste Ausgabe lesen. Ich kann aber nicht, ich muss warten, bis die erste in einem Jahr erscheint oder so. Und fand es eigentlich gut. Ich bin aber auch krass schnell durch. Also die letzte Ausgabe, den letzten Band, den habe ich, weil ja keiner in dem Haushalt schlafen konnte, nachts um halb vier angefangen und war morgens um sieben Uhr oder so damit fertig. Und ich kann mich jetzt nicht an jedes einzelne Panel mehr erinnern aus Ausgabe Nummer zwölf, aber an die wesentlichen Punkte auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht was ist, was, wenn man das als Heft liest, so wie du, Adrian, zum Beispiel, dann eher hängen bleibt. Gerade auch, weil vielleicht zum Beispiel dieser Zeitintervall, der da natürlich vergangen sein muss, eher noch wirkt, als es halt jetzt in meiner Leserart und Weise der Fall war. dann weiß ich auch nicht, ob es geiler ist, sich so einem riesen ausgedruckten Sammelband zu widmen, der halt schwer und wertig und so dann da in meiner Hand liegt. Ob das Preis-Leistungs- Verhältnis dann da stimmt, all das sind Fragen, die ich mir stelle, wenn ich mich über die Veröffentlichungsweise und die verschiedenen Formate unterhalten möchte. Adrian, vielleicht wirklich nochmal zur Frage dieser Zeiten, der Wahrnehmung des, ja wie lange eigentlich die Serie, auch innerhalb der Serie spielt, wenn du, hättest du es damals gerne lieber am Stück lesen wollen, kannst du dich da in die Lage versetzen, in der ich jetzt gewesen bin, dass du quasi einfach suchten konntest, bis es fertig war? Hättest können oder gewollt? Also ich glaube, dass es sich schon anbietet für dieses Suchten, weil es eben so ein Page-Tourner ist und weil es immer so spannend ist und man immer wieder wissen will, wie es nach dem nächsten Twist weitergeht. Aber ich bin schon auch ganz froh, dass ich es über diesen langen Zeitraum gelesen habe, weil man da halt eben, ja, selber mit den Figuren mitreift, weil man eben für einen selber diese Zeit, die für die Figuren vergeht, auch vergeht. Das ist schon eine ganz coole Sache. Also ich habe es übrigens nicht als Heft gelesen, sondern ich habe dann immer die Trade Paperbacks, also die 25 Bände, die es da ursprünglich gab, gelesen und die habe ich dann jetzt erst vor kurzem tatsächlich dann ersetzt durch die drei super fetten Compendium Softcover, wo halt alles in drei ultra fetten Bänden drin ist, aus Platzgründen so ein bisschen, weil die weniger Platz im Regal wegnehmen. Aber man muss schon sagen, die sind so ein bisschen an der Grenze zu, kann man die noch halten beim Lesen. Also da bräuchte man dann fast irgendwie so eine Lesestütze, damit einem nicht irgendwann der Arm abfällt. Aber genau, ich glaube, wenn man es so am Stück durchsuchten will, ist das auch eine coole Sache, aber war auch eine geile Erfahrung, das über die Jahre immer mit zu verfolgen. Wie waren eigentlich die US-Ausgaben, gerade die Trades, wie waren die eigentlich verarbeitet? Also die Hefte haben ja jetzt zumindest bei DC und Marvel jetzt keinen guten Ruf. Wie sieht denn das bei Image aus und da konkret auch bei den Trades? Ja, also die ist jetzt nicht ultra hochwertig, aber es sind, aber die Druckqualität war glaube ich immer gut. Also Papier und Druckqualität war gut. Das sind halt so Standard-Softcover-Trade-Paperbacks mit mit so ähm außen ein bisschen glänzend, innen eher matt, aber jetzt nicht so dünne Seiten, dass man die Zeichnungen durchscheinen sieht oder so. Patrick, du hast ja die deutschen dicken Schinken gelesen. Wie sind die eigentlich verarbeitet? Die sind ja auch so ein Softcover, ne? Das ist ja kein Hardcover. Die sind ein Softcover, ein bisschen stabileres Softcover und auch ich hab's nicht bereut, das in der Veröffentlichung zu lesen. Nicht nur, weil Cliffhanger quasi die besseren Drogen für den Nerd sind, sondern einfach, weil diese 13 Hefte-artigen Monsterbinde dich auch immer irgendwie gesättigt haben. Also du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, ach scheiße, ich bin jetzt ein bisschen unterfüttert und ich muss jetzt mehr in mich reinfressen. Natürlich hätte ich das weiter gemacht, aber dadurch konnte ich mich dann auch auf ein paar andere Comics konzentrieren und dann die immer wieder besprechen. Es war immer wieder schön, dass ich da zurückkehren konnte und dann für den Nachmittag dann das Ding durchsuchten. Also das war auch immer wieder was Geiles. Das ist wie so ein Blockbuster, auf den du dich ewig freust, den du dann richtig schon genießt. verstehe. Ich bin tatsächlich nämlich auch, es sind zwölf Bände gewesen, keine 13. Ich bin bei diesen zwölf Bänden nicht, ich konnte nichts anderes machen. Ich habe keine Bücher gelesen, keine Filme geguckt, keine Serien geguckt. Ich habe nur das Nötigste gemacht, was die Podcast-Organisation hier von der Redaktion angeht. Ich habe, ich musste das erstmal alles gelesen haben und als ich gesagt habe, ich habe mich sehr geärgert, als ich merkte, Band 12 ist nicht bei Nextory mit drin, dann meine ich das ernst, weil ich dann von dem Problem stelle, okay, wo kriege ich jetzt innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden, möglichst Band 12 her, hat noch irgendeinen Comicladen offen, nee scheiße, ist ja nachts um drei, hat er nicht. Also das waren so meine Gedankengänge und insofern ist es halt schon auch, also da bist du dann, also ich war, ich war, du benutzt immer dieses Wort angefixt, aber hier war ich wirklich, also ich war süchtig und insofern ist auch gut, dass dann irgendwann vorbei war, weil dann war halt kalter Entzug und das ist dann auch okay, glaube ich. Ja, also mir hat, Es ist nicht so, dass du mich hättest fragen können, aber ja. Du wohnst aber auch nicht gerade um die Ecke von mir, machen wir uns nichts vor. In Vergleich zu ein paar anderen Mitgliedern, doch, ja. Ja, Pettik, hast du noch Punkte auf deiner Liste? Ja, das mit der Brutalität haben wir jetzt abgehandelt, ansonsten Lieblingscharaktere haben wir auch abgehandelt. Auch ich habe hier jetzt nichts mehr stehen, auch wenn ich erwähnen muss, dass unsere Sandra die Reihe abgebrochen hat, weil es ihr irgendwann zu brutal war, die mich dann auch bei Wolfman gefragt hat, ob ihr das so gefällt, wenn ihr in Nurtzipil schon zu brutal war, da habe ich gesagt, nein, das ist genau das, was mir daran Spaß macht, was dich daran abstoßen wird. Weil die hat diese Brutalität schon ein bisschen abgeschreckt. Ja, es ist schon ultra brutal. Wenn man damit nichts anfangen kann oder das einen abstößt, dann ist die Serie wahrscheinlich eher nichts für einen. Das wird vor allem auch hier immer krass. Also die ersten paar Hefte sind da glaube ich noch gar nicht so. Bis zum ersten Twist hält sich die Brutalität glaube ich noch in Grenzen. Aber dann wird es schon ziemlich heftig. Auch wenn es jetzt nicht, es ist ja nicht düster so in dem Sinne. Es ist ja nicht beängstigend, aber es ist einfach viel Blut und Gedärme und Gliedmaßen und wer das nicht möchte, ja. Ja, ich würde noch nicht mal sagen, es ist nicht nur viel Blut, es ist auch wirklich so die eigene Moral, die immer wieder in Frage gestellt wird, weil auch bei den Charakteren immer wieder in Frage gestellt wird, wie viel können sie noch durchleben, bis sie ihre Menschlichkeit durchleben. Das sind die Graustufen, die ihn Andi angesprochen hat. Weil eben nicht nur alles schwarz-weiß ist, wird da auch einiges hingenommen, auch von einem Cecil, der das Ganze anscheinend über Jahrzehnte nicht ignoriert hat, aber das kleinere Übel dann in Kauf genommen hat. Ja, ich glaube, wir sind durch mit unserer, unserem großen Special beim Telestandtisch zu Invincible, das ich unbedingt machen musste, weil sonst wäre irgendwas geplatzt. Das habe ich schon mal gehabt bei den Power Rangers, da habe ich wirklich unverhältnismäßig viel Power Rangers gelesen und für niemanden war das wirklich gut und dann wollte ich auch noch drüber sprechen, aber habe keinen gefunden, der mit mir sprechen wollte, weil keine Sau, die Power Rangers gelesen hat, zumindest nicht in meiner Bubble zu dem Zeitpunkt, aber bei Invincible, da war das jetzt anders und es hat mich doch wirklich sehr gefreut, mit so zwei erlesenen Gästen hier und heute über diese Serie gesprochen zu haben, wenn ihr, liebes Publikum, jetzt Lust hattet, nach Sichtung der TV-Serie in die Comics reinzuschauen, tut das auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, hier mal Feedback zu hinterlassen, dann tut das ebenso, wenn ihr denkt, und das haben wir garantiert, dass wir noch wesentliche Punkte zur Serie überhaupt nicht angesprochen haben, wie zum Beispiel so diesen einen Schockmoment, diesen einen Twist, den wir nicht besprochen haben, die eine total wichtige Figur, die wir nicht genauer analysiert haben oder sonstige Punkte aus der Handlung, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns da nochmal drauf hinzuweisen. Das könnt ihr gerne tun auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens. Ich weiß, es klingt komisch, weil sie das selbst ausschließt, Social-Media-Plattformen und Vertrauen, aber hey, macht's trotzdem. Ihr könnt Facebook, X, Instagram und Blue Sky benutzen, um Kontakt aufzunehmen zu uns und in die Kommentare auch genau eure Gedankengänge hinein schreiben und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet doch gern diesen Podcast. Auf jeder gängigen Plattform für Podcasts kann man das tun, das ist vor allem Apple Podcast und auch Spotify. Wäre mir eine wahre Freude. Na und ich sag mal so, was ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft, ist es nochmal genau in die Show Notes reinzugucken, denn da gibt es sie, die Links, die ihr dringend braucht, um rauszubekommen, was der Adrian eigentlich gerade so macht, wenn er nicht Invincible liest, denn der ist offensichtlich Comic Artist und auch noch Podcaster und macht noch tausend andere Sachen und ähnliches gibt es auch bei Patrick zu hören, der ist ja nicht nur hier zu Gast gewesen und bei den Cookies, der hat ja auch noch eigene Podcast Projekte, auch die findet ihr in den Show Notes, müsst ihr gehört haben. So, das war's jetzt. Und vor allem, schreibt uns in die Kommentare, wer ist euer Lieblingscharakter bei Invincible? Dieser eine Held mit der grünen Hose auf Seite 312, hinten links in der Ecke. Ja, der wird's. Genau. Who Punch Man? Ja, genau. Danke, Jungs. Adrian, auf Wiedersehen. War mir eine Freude. Mir auch. Vielen Dank. Lieber Patrick, zum nächsten Mal. Super, dass wir darüber sprechen konnten. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020